Und jetzt kommen die Mannschaften auf und ein großes Transparent, Dank ans Ehrenamt, hat man hier auch gerade einige ehrenamtliche Trainer oder Betreuer geehrt auf dem Rasen. Ja, ansonsten Preußen heute komplett in Grün und Hansa in den bekannten Reihen, Trikots, weiße Stutzen, blaue Hosen, blau-weißes Trikot. Ja, jetzt nochmal das Dank ans Ehrenamt, den können wir uns glaube ich mal anschließen, das Landamt ist im Fußball immer ganz wichtig. Ohne die würde manches doch egal gehen. Dein Tipp für Spiel, hast du was? Ich würde mal sagen, wir gewinnen heute deutlich 4-0. 4-0, ja. Ja, hoffentlich hat der David recht und das kommt so. Währenddessen wird gerade der Anschluss ausgelost zwischen Dominik Schmidt, den Schiedsrichtern und dem Wolfsackerspieler. Da kann ich jetzt nicht erkennen, doch Dennis Weidlich. Max Schulze, die ist dicht, schon mal den Ball Richtung Anschlusspunkt. Die Preußen klatschen sich nochmal ab, machen so einen kleinen Kreis, das ist es nicht. Aber die Mannschaft, die die geschlossen hat, die hat es ja auf jeden Fall deutlich besser zum letzten Jahr, oder? Ja, da kann man, also so kleine Reibereien innerhalb der Mannschaft, gehören manchmal auch dazu, das müssen ja auch keine beste Freunde sein alles. Die sollen gut Fußball spielen zusammen. Aber so, ich glaube, der Teamgeist, der steht bei den Preußen. Der Platzwahl haben wir verloren leider, wir schoßen nämlich an. Aber das hat kein schlechtes Omen für heute. Anstoßen mit Markus Fiossek und Rocky Kanone. Ach zu gestern noch, gestern gab es ein Spiel, Bielefeld hat 2-0 zu Hause gegen Mainz gewonnen. Das heißt, nur mit einem Sieg werden wir sicher, Tabellenz weiter heute. Ja, und da muss man mal gucken, wie die anderen spielen. Osnabrück ist, glaube ich, in Cottbus heute. Auch gut ist, nee, diesen Morgen erst, wir spielen morgen erst. Morgen, morgen. Aber live im Fernsehen. Der Anschluss ist immer noch nicht erfolgt, der auch jetzt 4 Minuten drüber. Preußen spielt erstmal zurück zu Dominik Schmidt, der legt links raus auf Marc Haltmeier. Der hat jetzt alle Zeit der Welt, die Rostocker greifen noch nicht so an. Spiel wieder rüber zu Dominik Schmidt. Tritt nochmal auf den Ball, legt den zurück zu Max Schulze und Nius. Der weiter zu Marc Haltmeier. Bischof bietet sich jetzt links an, kriegt jetzt auch den Ball und spielt aber erstmal zurück. Ja, im Moment ist viel hier auf Ballhalten angelegt. Jetzt kommt der lange Pass auf Mehmet Kahrer auf die linke Seite, aber der Ball ist schon wieder weg. Da ist dann Marcel Ziemer, müsste das sein. Richtig. Und hoher Ball in die Mitte und Kevin Schöneberg klärt den Ball. Dominik Schmidt hat den Ball. Markus Fiosik zeigt an, spielt mich an, aber Mel Kahrer kriegt erstmal auf der linken Seite direkt vor uns den Ball. Ah, der verschwindet leider. Schade, schade. Super Diagonalball. Somit gibt es Einwurf für Hansa. Die Nummer 2, Gröger, hilft erstmal zurück zu Weidlich. Der spielt in der Mitte zu Buprecht, der weiter links raus. Ja, also Hansa steht ja enorm unter Druck. Das kann man schon sagen, die müssen eigentlich hoffentlich offensiv heute was machen. Da bin ich mal gespannt, ob wir die Räume nutzen können. Ja, eigentlich müssen die Vollgas geben hier, also das, was sie jetzt spielen, das langer Ball nach vorne, aber wird abgefangen. Sieht man jetzt halt den Ball, bis jetzt einmal hergesellt. Hat er den Ball, muss sich jetzt in den Zweikampf erwehren, spielt dann zurück zum Keeper. Ja, schlechter Pass eigentlich. Aber jetzt bleibt er zwar, Pjosek köpft, aber jetzt kann Hansa den Ball aufnehmen. Pjosek hat ihn dann erstmal in der eigenen Hälfte, spielt rechts raus zu Weidlich. Und Pjosek macht da wieder seine berühmten Meter. Also die Preußen, die presst ihn jetzt schon mit Sigert vielleicht mal. Guter Vorcheck der Preußen. Benni Sigert jetzt rechts. Und alle wieder hinterm Ball. Großer, großer, großer Fußball ist gerade nicht. Vielleicht noch ein Wort zum Schiedsrichter. Das ist der Kollege Alexander Satter. Kommt aus Grimma und hat uns schon dreimal gepfiffen und dreimal unentschieden. Ja, unentschieden aussetzt, könnte man ja. Jetzt aber Hansa mal über die rechte Seite Flanke Richtung Strafraum. Kommt an auf Ziemer an der Strafraumkante. Jetzt versucht er halt mal herzukehren. Flanke in den Strafraumkopfball. Aber rechts vorbei. Keine Gefahr. Das war der David Blacher, der da den Kopfball versucht hatte. Zum Glück ging der zwei, drei Meter rechts am Kasten vorbei. Und somit keine Gefahr für das Preuß-Golz. Max Schulze-News wird jetzt den Abstoß ausführen. Preuß überziehen sich da vorne. Langer Abschlag auf die linke Seite Mehmet Cara wird gestört von Rostocker, der den Ball aber auch nur ausköpfen kann. Da haben wir jetzt Fabian Hergesell beim Einwurf, ungefähr fünf Meter hinter der Mittellinie und wieder Einwurf zehn Meter weiter. Aber wir nehmen uns das mal an. Jetzt Hergesell auf Cara. Der ist dagegen drei. Spielt zurück zu Hergesell in der Mitte zum Bischof. Der kann dann den Ball noch behaupten. Liegt aber erstmal zurück, weil die Rostocker doch pressen auf Dominik Schmidt. Der ist mit dem flachen Pass auf Rocky Kanone. Der setzt sich da hinten zwei durch. Liegt nochmal zurück zu Kevin Schöneberg. Das ganze fünf Meter hinter der Mittellinie. Jetzt langer Ball auf Biosik. Der kann jetzt schön mit der Brust annehmen. Zweiter Ball landet aber bei Hansa. Und der Schiri hat jetzt hier ein Faulspiel gesehen von Rocky. Ja, also in Dortmund war der Schiri ja sehr, sehr schlecht. Harms Ausmaß. Also da musste ich mich massiv auflegen. Hat wohl nicht seinen besten Tag gehabt. Ich hoffe, dass uns das heute erspart bleibt. Ja, Freistoß ausgeführt. Und ja, Hansa Rostock spielt jetzt zum Torwart. Und der langt auf die rechte Seite. Mehmet Gaara geht zum Kopfball. Spielt, verliert den Ball. Und Rostock kommt über rechts. Aber der war drin. Schiedsrichter zeigt drin an. Langer Ball auf rechts. Und da ist Marc Altmaier. Der spielt zu Max Schulze-Nihus. Auch wieder so ein Risikopass. Langer Ball ins Mittelfeld. Im Mittelkreis. Und jetzt kommt Biosik. Aber Hansa steht hinten gut. Muss man ganz ehrlich sagen. Spielt wieder auf Sicherheit hinten rum. Und lange Ball wieder auf die linke Seite von Rostock. Der aber ins Aus geht. Einwurf kreußen. Kevin Schöneberg jetzt. Wirft auf... Na, wo wirft denn? Auf Heidmeier. Der gleich weiter auf die linke Seite zu. Hergesell. Mehmet Gaara an der Mittellinie. Und wieder zurück auf Hergesell. Und selbe Spiel wie zu Beginn schon. Ball sichern. Hintenrum spielen. Amaury Bischof jetzt. Lange... Flache Ball auf Zenga. Und wieder raus zu Heidmeier. Lange Ball auf Rocky. Ah, kriegt... Kriegt er leider... Nicht. Aber... Ja, Hansa konnte jetzt diesen Angriff abwehren. Und versucht über Szevanowitsch zu kontern. Fällt aber fast hin. Und jetzt könnte man mit Karar gewinnen. Der erste Ball aber... Dennis Weidlich hat aufgefasst. Und Hansa jetzt um Spielkontrolle bewegen. Legen erstmal links raus. In ihrer eigenen Hälfte. Schade, Rocky wäre da gerade fast durch gewesen. In der letzten Aktion. Aber im letzten Moment konnte Hansa nochmal klären. Jetzt Hansa vielleicht nochmal... Ja, die sind ein bisschen beeindruckt. Und dass die Preußen hier doch... Vernünftiges Pressing aufziehen. Jetzt dann aufs Weidlich da mal mit dem Pass. Aber erstmal abgefangen. Hansa bleibt im Ballbesitz. Weidlich kehrt zurück zur eigenen Hälfte. Die Rostocker schienen jetzt erstmal hinten rum. Über Ruprecht. Ja, im Moment ist hier viel auf Ballsicherheit bedacht. Und Hansa wieder auf rechts. Abgefangen den Ball. Abgefangen der Ball von Benjamin Siegert. Der aber ausgeht. Und ein Ruf wieder hinten rum. Linke Seite. Rostock spielt auf Weidlich. Nach rechts rüber. Ja, Raumgewinn ist das alles nicht. Also sie schieben erst mal hinten rum. Und die Preußen stehen hinten sicher. Und mit Markus Biosik und Benni Siegert versuchen sie immer früh schon an der Mittellinie zu pressen. Jetzt war der lange Ball auf Zima. Der verlängert mit dem Kopf. Und da hat Bischof aufgepasst. Schön jetzt. Jetzt müsste Bischof rechts oder links rausgehen auf Cara. Macht das auch. Cara hat jetzt den Ball. Harris dahinter läuft. Aber Cara spielt in die Mitte zu Bischof. Und der liegt erst mal zurück. Jetzt bekommt Cara auf der linken Seite wieder den Ball. Alles noch in der Hälfte der Preußen. Der liegt in der Mitte zu Bischof. Und der jetzt mit dem Virenalpass. Aber Fehlpass. Zweiter Ball landet aber Kevin Schönebeck. Der steht sofort weiter zu Zenga. Kriegt dann wieder den Ball. Schöner Doppelpass jetzt. Und Siegert auf der rechten Seite völlig frei. Der Ball kommt an. Der Ball kommt an. Rechte Seite. Flacke jetzt in den Strafraum. In den Strafraum. Und da steht überhaupt keiner außer Cara. Cara kommt den Ball. Gegen zwei. Tenzel da hin und her. Müsste jetzt glaube ich eigentlich zurücklegen. Macht da auch auf Fabian Hergesell. Schöne Aktion. Hergesell setzt wieder Cara ein. Cara jetzt gegen zwei Mann in der Mitte. Zenga versucht anzuspielen. Aber Schemalowitsch hat da aufgepasst. Kunter Hansa Rostock jetzt. Sind schon über die Mittellinie auf die Nummer elf. Da muss er jetzt einer klären. Schmidt klärt. Schmidt klärt. Und Ball jetzt sofort wieder bei den Preußen. Und Cara setzt sich das erste Mal durch. Spielt beinahe zu Piosik. Aber da kann der Gröger von Rostock erst mal den Ball Richtung Preußen Strafraum schießen. Und inzwischen hat Max Schulze Nius den Ball. Spielt rechts raus zu Kevin Schöneberg. Der wird verlängert auf Benjamin Siegert. Der allerdings mit dem Fehlpass wieder. Und Hansa Rostock baut jetzt von hinten wieder auf. Schiebt sich den Ball jetzt nach rechts rüber. Weitlich am Ball. Der tritt nochmal drauf. Treibt den Ball jetzt aber nach vorne. Spielt auf. Da ist die 9. Jakobs. Pass. Mittlerweile schon wieder auf der linken Seite der Ball. Aber alles so im Mittelfeld. Um den Mittelkreis herum. Ballgeschiebe könnte man sagen. Also großer Sport ist es noch nicht. Mittlerweile wieder auf der rechten Seite. Fehlpass. Strafraumkante mit dem Abstoß. Die Spieler wollen, dass er kurz ablegt. Aber er sagt, nee, nee, Jungs. Ich hau den. Ich trash den jetzt hier erstmal nach vorne. Hautsache weg von meinem Kasten. Genauso passiert es hoch und weit. Eric Zenger. Und Schmidt jetzt im Kopfball. Oh, der Ball kommt. Aber Preuß klärt auf Pioszek. Nicht erstmal zurück zu Bischof. Der konnte jetzt links rauslegen zu Kara. Macht er nicht. Aber da versucht der Rocky Krohne mit einem schönen Diagonalpass einzusetzen. Aber Rocky Krohne hat überhaupt nicht mitgedacht. Schade, schade. Jetzt Hansa wieder mit Kröger im Ballbesitz. Wird von Kara erstmal angehalten. Spielt zurück zu Brinkis. Das wäre jetzt auch eine Situation, wo man mal pressen könnte. Machen die Preußen aber nicht. Und so kann Rostock erstmal befreit rausspielen. Sind zwar noch in der eigenen Hälfte. Legen den Ball jetzt wieder zurück zu Stevanovic. Stevanovic, der wieder rechts raus zu Weidlich. Da fällt jetzt die Mittellinie. Und da passt jetzt erst abgefangen. Aber zweiter Ball sofort wieder bei Rostock. Langer Ball, Strafraum, Kopfball abgewehrt auf Herre. Der Drift steht bei jetzt erstmal raus. Und da steht natürlich keiner. Ja, das ist doch ein richtiges Mittel, haben sie noch nicht gefunden. Irgendwie beide auch dieselbe Spielweise, kann man sagen. Hansa Rostock jetzt über links. Über die Mittellinie gekommen. Ich war aber wieder zurückgelegt. Jetzt auf Schwertfeger. Und wieder der Fehlpass Rostock. Zenga hat aufgepasst. Kevin Schöneberg auf rechts. Wieder Zenga. Der wieder aber zurück. Und der Querpass auf Hergesell. Jetzt sind wir auf der linken Seite. Der tritt nochmal drauf. Spiel zurück auf Heidmeier. Und Heidmeier jetzt in Höhe der Mittelkreis. Weiß aber auch nicht so wirklich genau, wohin ist. Auf rechts. Die Preußen sind auf der sogenannten Lücke jetzt mit Zenga. Geht am ersten vorbei. Versucht dann den Doppelpass. Wird dann gefoult. Aber es gibt keinen Freistoß. Und da foult Piyosek dann. Hatte versucht den Ball von Stevanovic schon bekommen. Somit gibt es in der eigenen Hälfte Freistoß für Rostock. Wollten schnell ausführen, aber Schiri sagt nein. Aber doch, lässt doch weiterspielen. Stevanovic jetzt links raus. Wird dann da von Piyosek verfolgt. Sie muss Hansa den Angriff abbrechen. Spiel wieder hinten rum. Sigert, Krone und Piyosek sind wirklich immer früh drauf. Jetzt vielleicht mal weitlich. Auf der rechten Seite. Spielt aber wieder zurück. Benny, Sigert und Piyosek haben im Übrigen die Seiten getauscht. Das ist mir gerade aufgefallen. Also man merkt schon, dass Hansa ein bisschen verunsichert ist. Jetzt vielleicht mal. Aber da passt Piyosek auf. Zweiter Ball bleibt aber bei Rostock. Spielt in die Mitte. Spielt wieder zurück. Jetzt schöner Pass links raus. Hansa Rostock. Aber der geht ins Aus. Schade, die Idee war gut von Hansa. Ja, hätte er vielleicht eine Sekunde erstarten können. Oder sogar müssen. Dann hätte er ihn gekriegt. Aber nur ein Abschlag macht Schulze Nios. Ball liegt auch im 5-Meter-Raum. Lange Pass wird kommen. Inzwischen 12 Minuten und 45 Sekunden gespielt. Langer Abschlag auf Rocky Krohle. Verliert aber das Kopfballduell. So mit Hansa wieder. Versucht das Spiel schnell zu machen. Aber Schmidt passt gewohnt sicher auf. Rechte Seite. Witter da gefoult. Kriegt den Freistoß aus. Zurecht. Das Ganze vor der Bank von Hansa. Vollmann habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ne, ist unsere Bank übrigens. Wo ist der Vollmann überhaupt? Der steht da. Ganz links. So, jetzt Langer Ball da auf Uri Krohle. Der ist an der rechten Strafraumkante gegen zwei. Schöner Pass auf Händler Karra. Der ist schon vor dem 16er. Sucht jetzt die Einspielstation. Setz sich da gegen zwei durch. Stich in die Mitte zu Erik Zinger. Der gut 30 Meter vorm Torlicht. Rechts raus. Auf Schöneberg. Der wieder in die Mitte zu Sigert. Der verliert fast den Ball. Aber Schöneberg kann ihn da noch erlaufen. Der wieder zu Sigert. Und der versucht dann wieder Schöneberg einzusetzen. Aber das war schlechter Pass. Somit gibt es Abstoß für Brinkis. Und auch wieder lang in die Mitte kommen der Ball. Lang und hoch wieder. Und es verschiebt sich alles auf die linke Seite. Da kommt da auch hin der Ball. Kopfball Zinger bzw. jetzt Schmidt auf Amaury Bischof im Mittelkreis. Verliert den Ball. Kriegt aber den Freistoß. Und schnell ausgeführt von Bischof auf Krone. Aber der Rostocker. Schöner. Oh. Pioszek verpasst. Aber rechts in den Strafraum. Könnte nochmal Flanke in den Strafraum. Sigert verzögert. Aber liegt nochmal zurück. Aus Schöneberg. Schöneberg könnte jetzt flanken. Flanke in den Strafraum. Abgewährt Rostock. Aber zweiter Bay bei Preußen. Mit der Amaury Bischof jetzt. Ist schon im Strafraum. Macht den Lobfahren. Nein. Der Hint drüber. Schade, schade. Da war deutlich mehr drin. Deutlich mehr drin. Aber die Flanke, die war dann noch ein bisschen zu hoch. Und so. Der ist leider nicht mehr dran gekommen. Und da hätte man schneller zu Ende spielen können. So. Und nun wieder Abstoß. Rostock. Wird auch wieder lang und hoch kommen. Ja. Lange Ball kommt ins Mittelfeld. Kopfball. Aber. angegangen und liegt erst mal zu Fabian Hergesell. Der spielt wieder zurück zu Art Maury Bischof. Der liegt dann in der Mitte zu Haltmeier. Alles noch in der Hälfte der Preußen. Liegt rechts raus auf Schmidt. Der spielt wieder zurück auf Haltmeier und Haltmeier jetzt wieder über die Mittellinie. Er treibt den Ball nach vorne. Will Pioßing mit ins Spiel nehmen. Aber Hansa Rostock passt hinten auf. Spielt wieder hinten rum über Weidlich. Der auf Gröger. Weidlich wieder. Und der wird von Pioßing angegangen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als den Torwart mit ins Spiel zu nehmen. Und der Ball ist mittlerweile bei Dominik Schmidt. Der mit einem langen Ball auf Pioßing kommt aber leider nicht an. Und Hansa Rostock wieder in Ballbesitz. Ja, Hansa im Ballbesitz. Du sagst es hintenrum und Pioßing läuft die Spieler an. Aber jetzt konnten sie sich mal befreien. Pioßing einzelne Spitze erstmal vorne hoch. Und Ball kommt da jetzt rein. Kopfball. Schön von Schmidt. Kopfball. Und dann schön auf Kevin Schöneberg. Der drischt den Ball jetzt erstmal raus. Den wird sie gar nicht mehr kriegen. Und so gibt es wahrscheinlich Einwurf für Hansa. Ja, so ist es. Einwurf für Hansa. Ja, schade, Kevin. Er hätte den gar nicht so rausdreschen müssen, weil Hansa war noch gar nicht in sich aufgerückt. Einwurf inzwischen ausgeführt. Aber was macht Stevanowitsch denn da? Haut ihn da selber ins Aus. Naja. Ohne Not. Ohne Not. Das sehen wir natürlich gerne an. Schöneberg schnappt sich den Ball vor der Preußenbank. Und sucht erstmal hintenrum die Anspielstation auf Dominik Schmidt. Der spielt jetzt in die Mitte zu Mark Haltenmayer. Der links raus auf Hergesell. Kara winkt schon. Spiel mich an. Jetzt kriegt er den Ball. Versucht sich dann da durchzusetzen. Kommt sofort zwei. Er wird sofort gedoppelt. Und der Ball ist im Haus. Ja. Kara, das war ein Wurf für Hansa. Die fiel jetzt fast schneller aus. Richtung Strafraum. Preuß kann das erstmal klären. Dominik Schmidt muss jetzt aufpassen. Wird da von zwei angegangen. Und klärt er sauber den Ball. Sauber. Schön zwei Mann aussteigen lassen. Hergesell jetzt. Schön auf Kara. Der versucht da den Doppelpass. Da ist auch nochmal Rostacher Bein dazwischen. Und so gibt es Einwurf für Preußen. Kurz ausgeführt auch mit Kara. Der wird dann wieder von zwei angegangen. Und liegt erstmal zurück zu Heikmeier. der weiter zum Bischof. Und Bischof fährt jetzt auf Krone. Krone spielt aber komplett zurück. Also Hansa zieht das Spiel jetzt komplett nach vorne. Die greifen sehr früh an. Jetzt fehlpassend vom Fabian Hergesell. Aber es gibt Einwurf, weil Julian Jakobs den Ball nur auch jetzt ausklären konnte. Einwurf inzwischen ausgeführt. Erich Zenger spielt weiter zu Dominik Schmidt. Und Rocky Krone versucht es ja immer wieder als Anspielstation. Aber der kriegt immer keine Bindung zu spielen. Jetzt Kontersituation. Hansa Rostock. Sind das schon am 16. nach Schustersuch. Aber. Nein, nein. Sieben, acht Meter dran vorbei. Die Preußen versuchen immer wieder Rocky Krone einzusetzen. Aber das muss blinken. Der kann die Bälle vorne irgendwie nicht so wirklich verarbeiten. Seine Laufwege sind auch noch nicht dementsprechend. Und Karah wird halt früh immer gedoppelt. Ja, genauso wie Zenger. Zenger gehen sie auch immer zu zweit an. Jetzt der kurze Abschlag auf Hergesell. Der spielt in die Mitte zu Heikmeier. Der weiter zu Dominik Schmidt. Der guckt wohin mit dem Ball. Tritt nochmal drauf. Spielt mit Mark Heikmeier zusammen. Der kommt jetzt so ungefähr so zehn Meter vor der Mittellinie. Spielt wieder quer zu Dominik Schmidt. Der lässt den Ball weiterlaufen zu Kevin Schöneberg. Der kommt der lange Ball auf Rocky. Der kann nur ablegen. Markus Piosik auf der rechten Seite holt einen Einwurf raus. Jetzt kurzzeitig zwei Bälle im Spiel. Ja, die Preußen sind wirklich auf der Suche nach der Lücke. Und was mich überrascht, Hansa verteilt sich sehr offensiv. ich weiß nicht, dass das Ball der Mittel oder ich weiß nicht, Mittel zum Zweck. Ja, egal. Ein Einwurf jetzt aber an Freund und Feind vorbei. Der kann wirklich noch aufreden. Was war das denn, Markus Piosik? Richtig siegt erstmal kurz ab auf Weidlich. Spielt dann weiter und jetzt Hänger. Hat er den Ball gebraucht. Jetzt müsste es wahrscheinlich gehen. Kara versucht da Piosik einzusetzen, aber im letzten Moment Rüger dran und der Ball rollt aber zur Ecke, du hast es gerade gesagt. Somit gibt es die erste Ecke für Preußen. Das war ja der Hansa schon eine Ecke, ne? Ne, hatten wir noch nicht. Also, das sortieren wir mal schnell. Erste Ecke für Preußen. Maury Bischof geht raus. Ja, das wie immer. Ecke kommt von rechts. Alles, alles sehr ruhig hier. Man hat Zeit heute. So, vor dem Torwart postieren sich zwei Leute. Fiosik bietet sich jetzt kurz an. Ball kommt auf den zweiten Pfosten. Kopfball! Oh, knapp drüber, knapp drüber. Dominik Schmidt wieder und verletzt sich da noch ein bisschen am Arm. Bleibt da im Fünfer des Hansa-Strafraumes liegen. Irgendwie, glaube ich, was auf die Brust gekriegt hat da. Ja, auf den Arm, auf den Arm. Schade, schade. Der Kopfball, der war sehr zentral gegen 20, 30 Zentimeter über den Querball. Ja, aber Dominik kann wieder weitermachen. Wahrscheinlich nur einen Schlag irgendwie auf die Hand gekriegt. Oder auf den Arm. Legt auch gerade den Tore ein, um nach hinten zu kommen. Ja, zweite gute Möglichkeit für die Preußen. Jetzt langer Ball von Brinkis. Kopfballverlängerung. Und dritter Ball lange bei Maui Bischof. Und was macht der denn? Schießt den einfach nach vorne. Warum hat der das jetzt gemacht? Ja, da scheint eigentlich überhaupt keiner. Ne, es gab Freistoß für Hansa. Freistoß ausgeführt für, äh, auf Weidlich. Jetzt wird wieder irgendwas geschiffen. Irgendwas. Was ist jetzt los? Sorgt für Ruhe? Oder sollte, ach, der Freistoß war falsch ausgeführt. Alter, da habe ich ziemlich Zeit gelassen, um das mal anzumachen. Naja, es gibt Freistoß von der linken Seite Höhe der, äh, die Preußen Bank Stevanowitsch wird den hoch und weit bringen. Genau so ist das. Kopfball abgewehrt von Hergeself. Weiter zu Amaui Bischof, der jetzt mit dem langen Ball auf Sigat. Und Sigat hat jetzt noch Platz. Komm, Sigat. Jetzt gehen wir mal vorbei. Nein, denn so weit nicht. Klärt ihn da erstmal. Aber Sigat hat noch die Chance an den Ball zu kommen. Oh, Hansa nahe mit dem gefällten Spiel. Und da ist das Karrer im Strafraum auf. Ist im Strafraum. Sigat, Krone schießt auch. 1-0. 1-0. 1-0. Krone Tor. Jawohl. Hansa wird im Strafraum wie eine Schülermannschaft ausgekontet. Da hat sich das Pressing ausgezahlt. Irgendein Hansa-Spieler rutscht komplett weg, verschätzen sich zwei laufen gegeneinander. Ich hatte es nicht genau gesehen. Und Karrer hat das genau gerochen. Musste auch aufpassen, dass sie in Biosik was glaube ich nicht den Ball wegnimmt. Macht er dann auch nicht. Legt in die Mitte. Da steht Rocky Krone. Und der muss ihn nur noch einschieben. Und somit steht es 0-1. Wir preisen Münster. Das heißt, wir gehen immer wieder in Führung. Die Konge beginnt zu sinken. So ist es nicht vorbei. Aber ja, geiles Kontertor, oder? Ja, nee. Der Einsatz hat sich gelohnt. Wir hatten ja schon gesagt, der Ball ist weg. Nee, der war gar nicht weg. Er war irgendwie riskantes Spiel hinten drin. Können wir alles jetzt in Ruhe erzählen, weil auf dem Platz mir gar nichts passiert. Ich aktualisierte, ich meine, einen Ticker. Kurze Zeit hatten wir die Befürchtung, dass es wieder abseits war. Aber das war nicht so. Und somit, wir gehen endlich mal auswärts in Führung. Das heißt, ohne auf die Tabelle zu schauen, müssten wir jetzt eigentlich zweiter sein. Wir sind definitiv zweiter. Ich weiß nicht, wie ein Korpus das Torverhältnis vom Korpus ist. Ach so, genau. Ich spiele da morgen erst. Ansonsten hätte ich gedacht, wie ist das Torverhältnis vom Korpus und wie steht es da rein? Ich glaube, wir sind ein oder zwei besser sogar. Aber soll uns alles nicht interessieren. Also, Rocky Krone macht das erste Mal also spielt nicht das erste Mal von Anfang an, aber endlich trifft er mal, wenn er von Anfang an spielt. Und den Ball, das war aber wieder zu 80 Prozent Karastro, der sich da im Strafraum gegen zwei Hanseaten hat das gerochen und hat den Ball stibitzt. Die beiden laufen dann auch irgendwie gegeneinander. Man muss dann auch irgendwie aufpassen, dass Piosik ihm dann nicht so einen Ball hat. Man spielt in der Mitte und da ist Schone völlig frei vor Brinkis und da braucht er nur noch unten links oder halb hoch den Ball da rein dreschen. Also irgendwie bei der ganzen Aktion muss sich wohl der Rostocker Verteidiger kann nicht erkennen, wer da gerade liegt. Also im Moment sind Sanität da auf dem Platz und das Spiel läuft immer noch nicht. Ach so, Zutauertechnisch kann ich mal sagen. Ich war ja auch letztes Jahr hier und das Stadion ist wirklich merklich gefüllt und dieser Gegentreffer, der wird noch sehr resignierend zur Kenntnis genommen. Ihr habt ja so einen leichten Trotzjubel. Wir waren natürlich die Einzelsten, die hier gejubelt haben, aber selbst das wird nicht mehr ansonsten werden wir mal bitterböse angemacht, wenn wir uns freuen. Aber selbst das wurde hier gar nicht mehr angenommen. und Hansa Rostock auswechseln, die 29, Lukas Scherf. Da weiß ich gar nicht, ob der auch bei der Karre da vorgespielt hat. Meiner Meinung nach nicht. Aber der hat sich irgendwie so, die sind glaube ich zusammengerasselt, die Rostocker. Ich habe auch nur noch den Ball lang gesehen auf Krone und habe mich gar nicht mehr an den Rostocker gekümmert, muss ich ganz ehrlich sagen. Der wird jetzt übrigens vom Platz getragen. Ja, und sofort ausgewechselt. Also so schnell, da geht gar nichts mehr. Wer kommt da jetzt? Ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen. Die 29, Lukas Scherf. Lukas Scherf. Ja, sagt mir auch nichts. Ne. Und wird wahrscheinlich dann für den Schünemann kommen. Kann mich mal eben umhören. Ist der bewusstlos? Da sind sie sehr... Er wird hier rausgetragen jetzt aus dem Stadion. Beziehungsweise muss wohl auch ärztlich behandelt werden. Gleich unter Spiellauf weiter mit Anstoß von der Rostocker. Der erste Hansa-Spieler scheint von halb versenkt zu sein. Aber nur lustig gemeint natürlich. Und Hansa jetzt mit dem Anstoß. Kann man nur sagen, noch gute Besserung von der Seite. Gute Besserung auf jeden Fall. Sah doch sehr unglücklich aus. Ja, da spielt Hansa natürlich überhaupt nicht in den Karten und uns massiv. Weil jetzt muss Hansa auf jeden Fall aufmachen. Und bei Mannschaften, die mitspielen, das wissen wir alle, das liegt uns viel mehr. Jetzt vielleicht Schwertfeger da in der Mitte. Ah, die Preußen pressen natürlich jetzt. Die haben jetzt hier eine breite Brust. Das sieht man schon. Rocky Krohne jetzt da geht die Nummer 31 den Schwertfeger an und der kann noch zurück spielen. Auf Brinkis, der legt rechts raus auf Weidlich. In der Mitte dann weitergespielt. Das Spiel an der Mittellinie. Wer weiß nicht, wo ich mit dem Ball so wieder zurück auf Weidlich. Der schiebt den Ball wieder quer auf die drei ist Ruprecht, Sven Ruprecht. Der übrigens im zweiten Jahr in Rostock ist. Der kam mal aus Halle hierher. Und wieder der passt nach rechts von Rostock. Die Preußen stehen jetzt sehr tief, muss man sagen. Also haben wir jetzt den Ball geboren. Heresel spielt den Ball hoch und weit raus. Das soll Richtung Markus Piosik gehen, aber das klappt nicht. Aber das zweite Ball bleibt der Maury Bischof. Wo ist Bein da jetzt? Prostock kann da sich befreien von der Maury Bischof. Und jetzt Julian Jekke. Obst rechts raus. Aber da Heidmeier, super. Grätsche im Mann-Decker-Mandir. Grätsche da schön rein. Also der Einsatz stimmt. Heidmeier ist sowieso einer meiner Lieblingsspieler, so abgeklärt, wie der ist. Aber jetzt Einwurf Hansa erstmals zurückgelegt auf Weidlich. Die Flanke wird jetzt in den Strafraum kommen. So ist es jetzt. Zweiter Pfosten. Und da klärt Dominik Schmidt nicht sich den Ball da selbst vor. Nein, spielt auf Schöneberg. Der jetzt auf Krone. Der lässt den Ball erst mal abtropfen. Spiel zu Siegert. Der wird dann da an der Fünfweg in der Linie zu Fall gebracht. Ja, das muss man noch pfeifen. Macht der auch. Macht er auch. Aber Schiri ist deutlich besser als Harms Osmas letzte Woche in Dortmund. Also zumindest bis jetzt Ergebnisdienst kommt. Ergebnisdienst. Das ist ja praktisch. Das wollte ich ja gar nicht machen. Dortmund 2 gegen Rotweiß-Erfurt 0 zu 0. Amnestau-Duisburg führt zu Hause gegen Haarensbruck 1 zu 0. Stuttgart-Glager-Kickas-SVB in Wiesbaden 0 zu 0. Da blättern sie noch mal um. Preußen schieben sich den Ball hinten wieder zurecht. Und die nächsten Ergebnisse Haching-Kiel 0 zu 0. Chemnitz liegt gegen Halle zurück 1 zu 0. Und Fortuna-Köln gegen Groß-Aspach 0 zu 0. Das Ganze können wir euch erzählen weil gerade wirklich noch ein Mittelfeld geplänkel ist. Jetzt ein Foulspiel soll es da von Preußen gegeben haben. So wird Weidlich Freischuss in der eigenen Hälfte kriegen. Und das ist klar. Dann spielt er den erstmal flach in die Mitte. Links raus jetzt. Und da der Fee-Pass wieder von Hansa. Schmidt kann den Ball gewinnen. Witter dann aber gelegt. Böse beschwert sich da so ein bisschen. Hat sich böse wehgetan. Völlig unnötig da vom Hansa-Spieler den Schmidt so anzugehen. Der kann schließlich auch nichts dafür. Das Saison kann auch so vor allem Feh-Pass da spielen. Naja, aber Schmidt ist ein harter Hund. Der wird schon weitermachen. Steht jetzt auf. Hat da was am rechten Knöchel abbekommen. Hält sich den Knöchel auf. Also das Handy packe ich mal wieder weg. Ergebnis Dienst haben wir jetzt. Wollte ich gerade machen. Wir sind jetzt so in der 30. Spielminute. Schmidt kann weitermachen. Geht ohne Behandlung. Harter Hund. Ja, Ball inzwischen bei Marc Haltmeier. Der legt rechts raus. Kevin Schönebeck der weiter ins Aus. Ja. Oh, Vollmann. Vollmann da oben mit da. Ne, was soll das denn? Ein bisschen Ball hin und her geschieben. Er kann es noch. Einwurf jetzt ausgeführt. Da war zweiter Ball wieder. Bei Dominic fällt bei noch in der Luft auf. Magnus Piostek bei Stevanovic gewinnt erst einen Ball. Somit Hansa im Ballbesitz. Aber die legen wieder zurück auf Weidlich. Der zurück zu Brinklis und jetzt kommt Abbas Piostek. Geh doch ran, Junge. Geh ran. Ja, weiß nicht woher mit dem Ball wieder. Ist auch kaum Bewegung im Rostocker Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Vorne zumindest. Die stehen teilweise nur. Und jetzt und wieder den Ball abgefangen von Preußen. Jetzt müsste sie auch mal schnell machen. Kriegt da auf der rechten Seite den Ball. Setze sich da gegen den ersten durch. Auf der linken Seite Kara völlig frei. Licht in die Mitte zu Rolikrone. Der zurück zum Abbas Piostek. Tanzt da drei Leute aus und schön da links gelegt. Jetzt Hergesell mit Kara auf der linken Seite. Jetzt hinterlaufen. Ja, super Hergesell. Hinterläuft da Kara. Der geht aber wieder Richtung Mitte. Spielt leicht zurück zu Bischof. Schade, schade. Der weiter zu Zenger. Aber die Situation ist noch nicht vorbei. Rechts bekommt jetzt Kevin Schönebeck den Ball. Der hat sich da schön nach vorne gestohlen. Aber jetzt musste den Angriff abbrechen. Weil Hansa war dann schon wieder sortiert. Aber Preußen bleiben weiterhin bei Besitz. Jetzt Thalian Hergesell wieder auf der linken Seite. Im Doppelpass mit Kara setzt er den Ersten durch und wird dann da gefoult. Und jetzt gelb für Kara. Gelb für Kara, weil er den Cooler gehalten hat. Revanche-Foul, du sagst es. Kara hat mal eine gelbe Karte. Kommt auch nicht so auf vor. Weil wir gerade bei gelben Karten sind. Dominik Schmidt steht immer noch bei vier gelben Karten. Und Kevin Schönebeck glaube ich auch. Steht auch bei der vierten. Ja, das ist ja auch so ein bisschen. Wir haben nur 23 wieder im Kader. Aber bisher haben wir die Auswahl noch nicht so gemerkt. Außer auswärts. Naja, der Reichwein fehlt schon vorne. So, Spiel läuft im Moment nix. Naja, es geht heute natürlich darum, sich ordentlich Winterspeck anzufuttern. Rückrundstart. Und Bielefeld hat ja vorgelegt. Und darum wäre es echt schon wichtig, dass Preußen hier auf jeden Fall gewinnt. So, Ball jetzt wieder freigeben. Hansa da um Spielkontrolle bemüht. Überqueren jetzt jetzt erstmal die Mittellinie. Aber dann sofort wieder fehlbar ist zweiter Ball. Bleibt aber bei Hansa. Die legen wieder zurück auf Stevanovic. Er ist genau in der Mittellinie. Er legt dann zurück auf Weidlich. Der jetzt raus auf rechts. Ja, ist ja. Markus Gröger wieder nach hinten Weidlich. Und Jürgen Jakobs, die können alle nur noch hinten spielen, weil Hansa fällt überhaupt nix ein. Jetzt vielleicht mal rechts rausgelegt. Kara umdribbelt und Jürgen Jakobs jetzt Richtung Strafraum. Spielt da in der Mitte. Aber dann ist er noch ein bisschen Nachschuss. Aber das war ja ein Rückpass. Das war ja ein Rückpass. Und überhaupt kein Problem. Aber so ist auf jeden Fall garantiert, dass Max Schulze in den Jungs noch ein bisschen warm bleibt. Ja. Das ist ja oft so bei Keepern, die können 90 Minuten rubschieren. Aber einmal müssen da sein. Als langer Abstoß Preußen. Oh, der kommt weiter. 80 Meter. Und die Krone, der wird danach angegangen. Und kriegt den Freistoß aus. Ja, zu Recht. Aber der Mutter hat ja Huprecht wahrlich auf ihn gesprungen. Dabei ist er auch nicht der kleinste. Also der Huprecht jetzt. Oh, der Hup. Er ist schon ein harter Innenverteil. Er hat mal als er noch in Halle gespielt hat. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Ja, magst du ihn? So eine Drecksaugmentalität. Ja, ja, ja. Der hat gegen uns auch mal Rot gekriegt. Da hat er noch in Halle gespielt. So, jetzt der Freistoß. Bischof täuscht an. Bricht aber ab. 30 Meter sind das ungefähr. Also das ist glaube ich keine direkte Variante. Heidmeier will jetzt schießen. Zenger versucht sich da freizulaufen. Kommt jetzt auf Zenger. Nein, zweiter Ball. Abgefahren. Bei Hansa Rostock. Aber da kann Kevin Schöneberg super aufgepasst. So mit Preußen ist er ein Ball. Wir sind jetzt alles noch an der Mittellinie. Schöneberg jetzt mit dem Chipball Richtung Strafraum. Will er Erik Zenger einsetzen. Der zweite Ball. Bleibt noch bei Preußen. Schönzigart. Schöneberg weiter, weiter. Chipball jetzt Richtung Strafraum. Und der kommt auch an. Versucht die Flanke im Strafraum. Aber die bleibt erst mal bei Rostock hängen. Und vielleicht jetzt mal Rostock. Mal gucken, was sie jetzt machen. Piosic ist da wie so eine Klette am Spieler dran. Aber jetzt kommt es nicht ganz aber auch rein. Stefanovic jetzt an der Mittellinie. Spielt erst mal zu Julian Jakobs. Ja, irgendwie verschleppen sie das Tempo aus. Also total verschleppen das Tempo überhaupt kein Raumgewinn. Ja, und soll es recht sein. Jetzt sind sie weit nicht da auf Julian Jakobs. Und der Ball geht jetzt aus. Also spielerisch ist das wirklich ganz, ganz. Er hätte eben schneller spielen können. In der Zeit standen die Preußen aber dann auch schon wieder alle hinterm Ball. Jetzt Rocky an der Mittellinie behauptet den Ball. Spielt fünf Meter weiter auf Zenger. Der weiter raus zu Siegert. Und der verschleppt das Tempo jetzt auch. Ja, okay. Jetzt müssen wir versuchen, nicht immer den Tor zu fallen. Jetzt kommentieren. Preußen jetzt mit Piyosek hat er den Schuss angesetzt, weil er an der Strafraumkante zweiter Ball bleibt aber bei Preußen. Bischof legt links raus auf Mehmet Karer. Der sieht sich zwei gegenüber her, gesehen hat ihn schon hinterlaufen, aber er wird wieder Richtung Mitte starten. Spielt erst mal zurück zu bei Mauri Bischof. Jetzt Flanke in den Strafraum und Markus Piyosek aber Weidlich kann den Ball erst mal klären. Hansa jetzt mit der Gegenkontrasituation. Die Fans werden langsam unruhig, weil Hansa wirklich das Tempo verschleppt. Jetzt gleich mal komplett ins Aus, komplett ins Aus, aber da waren wir noch im Preußen Ball dabei. Somit gibt es einen Wurf für Julian Jakobs in der Preußenhälfte. Gut zehn Meter hinter der Mittellinie. Alles klar, alles viel zu langsam, so kann Preußen sich natürlich so sortieren, aber Weidlich hat jetzt mal den Ball spielt erst mal kurz und dann wieder zurück auf Ruprecht. Dann rechts raus zu Weidlich, alles an der Mittellinie überhaupt keine Gefahr oder wie siehst du das? Nö, wir stehen wieder alle unterm Ball und jetzt sind wir wieder und wieder zurück. Ich finde auch nicht die Lücke, die Rostocker. Ja, Stevanowitsche Zenger hat sich da schon, Stevanowitsch 2 gegen 2 jetzt und hoffen wirklich so scharf und versucht der Piosic einzusetzen, aber Ruprecht klärt im allerletzten Moment, wann, 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 ey, der Zenger, das ist echt ein Giftsocken. Jetzt da Rogi Krone in Zusammenarbeit mit Schöneberg versuchen da wieder das Pressing, aber Hansa kann sich jetzt mal befreien und jetzt kommt das erste Mal die Fans, weil Hansa das erste Mal jetzt gegenhalten hat auf der rechten Seite Julian Jakobs, ist 5 Meter vor dem 16er, Passversuch, der bleibt erst mal hängen, aber Hansa weiter im Baybesitz mit Jakobs, der versucht wieder in die Mitte zu legen und Amaury Bischof kann den Bayes erklären, kriegt dann einen Schlag auf den Knöchel, kann man auch, ja, gelb ist es nicht, aber schön fair war das nicht da vom Kais Schwertfeger, Töpft, total unnötig, ja, man merkt so ein bisschen wie die Fans langsam ungerüstet werden, die werden langsam so ein bisschen stinkig, könnte man denken, ja, also merken halt auch, dass nach vorne kaum was ist, ja und wenn sie dann mal eine Konterchance haben, dann verstecken seid das Tempo komplett und das ist natürlich dann total ungefährlich, jetzt die Preußen haben den Freistoß schnell ausgeführt, auf der rechten Seite Kevin Schöneberg, Fieter ist noch in den Mittelshänger, der muss jetzt aufpassen, Fieter von zwei angegangen, Fieter Sicherheitspass erst mal zurück zu Machschulze News, der weiter zu Kevin Schöneberg, der jetzt diagonal links raus zu Fabian Herese, der nächste Mitte zu Heidmeier, jetzt pressen die Hansa Spieler jetzt mal so ein bisschen mit Bickel, aber überhaupt kein Problem für Preußen, Schmidt spielt da auf Siegern, jetzt in der Neubau-Ball-Richtung, klar, aber der war viel zu schwach, der kam überhaupt nicht an, die Idee war gut, aber das war zu schwach, oder? Bitte? Das war zu schwach, oder? Ne, der ging ja zum Torwart schon fast, ja, so, Hansa Rostock jetzt überweitlich rechts wird angegangen von Mark, äh, von Rocky Krone, Weidlich muss abbrechen, wieder zum Torwart, der mit einem langen Ball über die Mittellinie wird verlängert, aber Dominik Schmidt klärt auf Heidmeier, Mehmet Karer jetzt an der Außenlinie, zieht nach innen ins Mittelfeld, kurz vor Spiel mit Amauri Bischof, sah richtig gut aus, Karer treibt den Ball, zieht auch wieder drei Leute auf sich, damit ist Rocky Krone frei, Rocky hintenrum über Hergesell, der zu Bischof, weiter zu Zenger im Mittelfeld, Zenger raus zu Benny Siegert, der sucht den, äh, sucht das Dribbling, wird aber leider abgefangen von Rostockern, aber der dritte Ball ist irgendwie jetzt bei uns, so, geht das weiter, ja, Pjosek wird da gefoult, schöne Boppelpaßstaffette, wird da vom Rostocker Verteidiger dann aber gehalten, das ist auch gelb, ganz klar, mal gucken, ob er es bei einer Ermahnung belässt, die Preußen sind hier giftiger, sind, äh, ja, es ist zu erkennen, dass sie eine deutlich bessere Spielanlage haben und, äh, sind jetzt hier deutlich näher am zweiten Treffer als Hansa am Ausgleich, Pjosek diskutiert da jetzt noch mit dem Linienrichter, Linienrichter ist auch ganz klar, wie ich da rein wurde, ich wäre frei durch, an der Strafraumkante gewesen, jetzt gibt es Diskussionen, die gelbe Karte sehe ich da, mal gucken, der wird sich auch in der Höhe recken, mal gucken, was sie bekommt, die Nummer drei, der ist das, äh, Ruprecht, Ruprecht, da ist er, der Ruprecht, herrlich zuzuhalten, ich wüsste, was er gemacht hat, sehr gute Freistoßposition, äh, am linken Strafraumkante, könnte man auch mal direkt machen und ihr wisst, wer da steht, ja, genau, am Mauri Bischof, hier am Nikolaus Stark in Heimer-Ostsee, mal gucken, ob er mit seinem feinen Füßchen jetzt nochmal, hier ein zweites Präsent, den Rostockern ins, äh, Körbchen legt, ins Türchen, ja, aber ich würde mal denken, er legt den ab, weil es halt, es ist die falsche Seite für ihn, er wird in den Fünfer spielen, da postiert sich auch so ziemlich alles schon, im Rückraum steht Kevin Schöneberg, vielleicht könnte man den nochmal kurz ablegen und Kevin Schöneberg knallt ihn einfach mal drauf, wäre eine Möglichkeit, glaube ich aber nicht, jetzt wird so ein bisschen die Mauer noch eingesprüht, mit dem Rasierschaum, der Ball ist auch eingesprüht, also alles regelkonform, was hier abläuft, oh, jetzt muss er ja noch das Ding wegpacken und mal die Pfeife im Mund nehmen, währenddessen er keine Tänzer im Straff auf mit Krone, und der hat flach abgelehnt, auch schon, wie ich gesagt habe, und schieß doch, jungs, schieß doch, zweiter Ball bei Preußen, Rory Krone schießt, oh, Brinkis unten, unten rechts, unten rechts, Ecke für Preußen, dritte Ecke, dritte Ecke, zweiter Ecke, zweite Ecke, die erste Handler zuschauen, guckt mich ganz verwirrt an, zweite Ecke, ich bin nicht böse, ich weiß nicht, so, Ecke diesmal von links getreten, auch wieder Bauri Bischof, denn die Sieger bietet sich schon mal kurz an, und im Rückraum wieder Schöneberg, ja, warum habe ich das gesagt mit Schöneberg, der hat hier im letzten Spiel, hat ja auch mal aus der zweiten Reihe ja seinen Strahl abgelassen, und der war ja dann drin, aber jetzt kommt die Ecke, hoch auf den ersten Pfosten, Verlängerung, aber den kann Hansa erstmal klären, und jetzt, Hansa, wird das zweite Kopfballduell, und wird dann da von Schöneberg gefoult, es wird, glaube ich, eine Ermahnung geben, für eine gelde Karte reicht das nicht, Herr Vollmann, ja, die sieht er genauso, und dreht auch schon völlig ab, der ist komplett konsterniert, äh, der wird wahrscheinlich Puls 180 haben jetzt, der weiß auch genau, wenn das hier so bleibt, wenn so einer Mutlosen auftritt, dann sind seine Tage hier gezählt, naja, Hansa jetzt, hat den Ball, aber da ist das lange Ball, höchste, äh, ja, Option, weil, er war doch im Ring von 4,5 Rostockern, und so gibt es jetzt ein Wurf, 10 Meter in der Hälfte der Rostocker, kurz aufgelegt, auf Bischof, der jetzt hat ein Schiffball da, auf die rechte Seite, aber da haben die, hat Pjosek nicht mitgemacht, somit Hansa jetzt mal im Ballbesitz, jetzt könnte es mal schneller gehen, aber dann, über Jan Jakobs, der ist aber immer noch in der eigenen Hälfte, stolpert da, und nicht wieder zurück, das ist, die Preußen können das, ey, so nicht, also die Preußen, haben alle Zeit der Welt, um sich hier zu sortieren, ja, und jetzt wird es auch wieder schwierig, für Rostock da die Lücke zu finden, die Preußen sind alle hinterm Ball, und es wird wieder, der Ball nur geschoben, so, da wird der Ball wieder abgefangen, Rostocker muss da Foul gegen Hergesell ziehen, ja, Jakobs hat da Hergesell gefoult, und die Preußen, die brauchen echt nur auf den Fehlpass warten, weil sie sind, alle, sie gewinnen fast alle zweiten Bälle, und sie versuchen halt immer, Preußen versucht die ganze Zeit, wenn Hansa mal, sowas wie ansatzweise vorher zu legen, hat diese Bälle dann schnell zu gewinnen, und dann schnell zu kontern, jetzt Preußen, hat den Freistoß ausgeführt, rechts rausgelegt, auf Dominik Schmidt, der deutet wieder den General Ball an, nein, diesmal hoch und weit nach vorne, Kofferverlängerungssieg hat auch Rory Krone, der ist da auf der rechten Seite, holt da einen Einwurf raus, und, ein Wurf für Rostock gibt's, lustigerweise, muss wohl doch ein Preußenspieler zuletzt dran gewesen sein, Peter Vollmann geht da wie so ein HB-Männchen ab gegenüber, und ein Wurf ausgeführt, wird verlängert, schön mitgenommen von dem Rostocker, irgendwie so mit der Hacke, aber Preußen fängt den Ball ab, jetzt aufpassen, jetzt aufpassen, jetzt aufpassen über den Jacobs, wird da von Herrgesen angegangen, aber Schmidt klärt erst mal, drischt den Ball, versucht hier rauszudreschen, trifft aber nur Jacobs, und dann geht der Ball, hinter das Tor aus, somit Abschluss für die Preußen, ja, sah ein bisschen gefährlich aus, wir haben jetzt genau 44 Minuten gespielt, ihr wisst das, wir sind vier, fünf Minuten später angefangen, das heißt, auf den anderen Plätzen könnte es schon gleich Halbzeit sein, hier ist aber auf jeden Fall auch zu spielen, viel Grund zum Nachspielen gab es glaube ich nicht, naja doch, die Verletzung davon, nach dem Tor, also, zwei Minuten, zwei Minuten, bestimmt zwei, drei Minuten, aber jetzt kommen die ersten Rufe, hier der Rostocker, wir wollen euch kämpfen sehen, ja, das kann ich auch noch aus Vollzeit, jetzt Preußen, versuchen dann den Ball zu gewinnen, Kopfball-Duell, aber Hansa bleibt im Ballbesitz, schöner Ball da, auf dem Rostocker, aber der war zum Glück zu weit, und so können die Preußen klären, macht Schulze den News, schneller Abwurf da, auf die rechte Ausbahn, Schöneberg, Dieter von Zweigern, spielt erstmal zurück, Sicherheitsball auf Donetschwind, und der jetzt wie in seinem Diagonalball, auf Mekar, der kommt nicht an, Mann, 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 jetzt Rostock kann diesen Ball gewinnen, stolpert da so ein bisschen, aber bleiben im Ballbesitz, und Kara versucht jetzt mal einen Zweikampf zu gewinnen, das klappt noch nicht, rechte Seite, was, Herr Gesehl soll da jetzt, den Röhrer gefoult haben, auf der rechten Seite, das war überhaupt nicht, den wollte der Rostocker haben, Kara diskutiert auch noch mal den Medienrichter, aber der lässt sich da nicht behellen, es gibt Freistoß für Hansa, 45 Minuten sind jetzt von der Uhr, das wäre doch mal gut, wenn wir jetzt mit dem 0-1 in die Pause gehen, ich werde hier noch einen Standard reinkriegen, auf Zima habe ich ja gesagt, müssen wir immer aufpassen, Freistoß freigegeben, kommt jetzt hoch rein, auf den zweiten Pfosten, da ist Max Schuss, den Dinos komplett harmlos, langer, weiterer Abschluss jetzt, Kara rennt, wie von der Tarante gestoßen, aber weinlich kann er erstmal rausköpfen, und auf der rechten Seite spielt die Nummer 11, Bickel, aber wieder zurück zu weit nicht, und Sigart rennt jetzt auf Brinkis los, der Kanon mit einem weiten Abstoß, auf einen Hansa-Spieler, mit dem Kopf verlängert, aber da steht dann überhaupt keiner mehr, ja, das wird hier glaube ich im Pfeif-Konzert hin, könnte ich mir vorstellen, weil die Preußen, ja, die haben hier schon eine sehr abgezockte Vorstellung, jetzt spielt sich... drehen aus, muss man sagen. Hansa kann nicht, Preußen will nicht so ungefähr, könnte man sagen, weil wir führen 1-0, wir tun nur das Nötigste. Ja, nein, also es ist schon so, dass wir wirklich eine vernünftige Spielstruktur haben, und Hansa ist doch sehr ideenlos, also ich weiß nicht, dass Vollmann ihn da hier eingeimpft hat, eigentlich hätten sie heute nichts mehr zu verlieren gehabt, naja, gut, noch sind ja 45 Minuten, und ihr wisst es aus Dortmund, wir sind dafür präsentiert, Knickertorre zu bekommen, und so ist es ja auch im Fußball, außer Standard kann man immer mal wieder einkriegen, jetzt vielleicht mal Hansa, Stevanovic, aber brechen sie wieder ab, spielen da hinten rum, das ist echt unerklärlich, Stevanovic, noch einer der Besseren, spielt auch Schwertfeger, jetzt war Richtung Strafraum auf Ziemer, setzt sich da gegen Schmidt durch, spielt auch hier, da kommt sie noch, oh, aufpassen, da geht noch aufpassen, hat es, Fänger passt auf, mein Gott, sind die Armbuchs, mein Gott, sind die Armbuchs, nach Kontersituation, kann aber nicht eingeleitet werden, weil man Karin den Ball nicht mehr kriegt, oh, die Spitzenmannschaft hätte uns, glaube ich, jetzt in eine Argelbedrängnis gebracht, aber, Julian Jelkoffs vor dem Strafraum, rutscht da aus, das ist echt schwach, jetzt vielleicht nochmal, Schwertfeger, 5 Meter in der Preußenhälfte, rechts raus, zum Kröger, der wieder zu Schwertfeger, Flanke in den Strafraum, Ziemerricht den Ball, liegt in der Mitte, aber da ist überhaupt keiner, Abseits auch noch, Freistoß gepfiffen, aufgestützt, ach so, okay, sah aus wie Abseits, aber gut, ich denke mal, wir werden jetzt in die Halbzeitpause gehen hier, das ist wieder auch bitternötig, meine Hände sind eiskalt, das ist halt sehr unpraktisch, wenn man nur die Handschuhe daneben hat, und es ist Halbzeit, wir führen 1-0, durch das Tor von Rocky Krone, ja, also, sehr souveräne Vorstellung bisher, man merkt, dass Hansa komplett verunsichert ist, so richtiges Pfeifgangswerk gibt es auch nicht mehr, die Zuschauer sind doch sehr resigniert, in der Blitztabelle, wie gesagt, müssen wir jetzt Zweiter sein, und Hansa zementiert den Abschiebsrang, aber mal gucken, was in der zweiten Halbzeit, so Hansa noch zu bieten hat, und unsere Preußen zu bieten haben, bis hierhin können wir sehr zufrieden sein, von Zimmer war auch noch gar nichts zu sehen, aber er wird auch überhaupt nicht eingespielt, er wird auch relativ gut zugestellt, von Schmidt und Heitmeier vorne drin, aber auch in der Verteidigung machen wir eine sehr souveräne Vorstellung, ja, belassen Sie sich dabei, es ist jetzt 14.53 Uhr, genießt die Halbzeitpause, erfrischt euch ein bisschen, und setzt euch am besten auf die Heizung. Hansa wird Anschluss haben, Preußen spielt jetzt, auf die Heimkurve von Hansa Rostock, und Richtung Gästeblock, der Gästeblock ist natürlich sehr, sehr zufrieden bisher mit dem Auftritt, ein sehr souveräner Auftritt, kann man sagen, da ist er? Ja, so, Hansa Rostock hat auch Anstoße in der zweiten Halbzeit, in dem Moment ist hier das Flutlicht angegangen. Also das Stadion ist wirklich wunderschön, aber wenn wir ansatzweise sowas in Münster sehen könnten, zu vertretbaren Preisen, da wäre, glaube ich, jeder wäre hoch erfreut, aber das ist ja sowieso eine lange Geschichte, das wollen wir jetzt auch mal kurz belassen, Hansa hat angestoßen, langer Ball jetzt, ins Aus, so geht es, ein Wurf für die Preußen, ein Wurf für die Preußen auf Mittellinie, auf Höhe-Mittellinie, Herr Gesellen macht noch ein paar Meter, wirft zurück auf, wer ist denn da drüben? Ja, jetzt kommt Schmidt ins Spiel, der mit einem langen, wieder quer zu Heidmeier, der mit einem langen Pass auf Piozek, der kann den Ball aber nicht behaupten, und Rostock kann sich nur mit dem Ball ins Aus, ein Wurf, der Preußen, Heidmeier schiebt quer auf Schmidt, der jetzt in Höhe unseres eigenen 16er, lange Ball über die Mittellinie, auf Rocky Krone, der kommt aber nicht dran, Ball in Höhe, Mittellinie, auf der linken Seite Rostock im Ballbesitz, aber Dominik Schmidt passt wieder hinten auf, und läuft den Ball auch ganz souverän ab, ein Wurf für die Preußen müsste es geben, ja, Kevin Schöneberg steht schon da, Kevin Schöneberg im Übrigen auch in der Rostocker Vergangenheit, fällt mir mal ein, gerade, der Ball verlängert jetzt auch Rory Krone, der setzt rechts Siegert ein, aber der Ball war leider zu lang, geht ins Seiten aus, Julian Jakobs wird den Ball jetzt an der Mittellinie einwerfen, schade, schade, das hat Rory Krone sehr gut gemacht, da wäre Siegert durch gewesen, jetzt Ziemert bekommt den Ball, legt erst mal zurück auf Schewanovic, dann wieder auf Jakobs, Schippball, den kann Siegert erst mal abblocken, hohes Bein da jetzt von Eric Zenger, genau an der Mittellinie, ja, die Preußen haben da ein, zweimal mit dem Kopf gespielt, und Zenger hat versucht, mit dem langen Bein dann zurückkommen, aber jetzt aufpassen, Hansa jetzt in der schnellen Ausführung, in die Mitte, auf Ziemert, die Nummer 38, liegt rechts raus, und da steht kein, aber kommt der Hansa-Spieler noch dran? Aus. Nein, aus, aus, boah, was ein Glück da haben, die Preußen waren da sehr unsortiert, hat nicht gerechnet, dass Hansa so schnell auf einmal die Situation ausspielt, naja, Einwurf für Preußen, Höhe des eigenen 16ers auf der linken Seite, hoch und weit, Kopfball-Duell verliert erst mal, Markus Piyosek und Hansa bleibt den Ball besetzt, geht aber sofort, gewittert den Ball gegen zwei, gegen drei, Ball geht dann jetzt aus, müsste er einen Wurf für Hansa geben, ja, genau so ist das. Sieht mir eher nach Freistoß aus, in dem Moment machen sich drei Preußen-Spieler warm oder fangen an, sich warm zu machen, kann es aber nicht erkennen, wer es ist. Jetzt hat sich ja noch ein Hansa-Spieler verletzt und fünf Preußen versuchen ihm da, erste Hilfe zu leisten, vielleicht kann man sonst auch mal die Fairplay-Wertung aufnehmen. Ja, durchaus. Im Moment steht das Spiel hier, passiert gar nichts. Eine richtig Rudelbildung da, aber im Positiven. Ja, in einem Support hat man die Möglichkeit mit dem Fan von Hansa zu sprechen und der war der Meinung, wenn hier jetzt das 2-0 für Preußen fällt, dann könnte hier doch die Stimmung merklich kippen, sodass die Subtra, das Serial Ultra-Kurve, der Ultra-Block, dürfte sich dann merklich bemerkbar machen. Ach, das ist ein Satz. Ja, das Ganze kann man euch wirklich erzählen, weil jetzt der zweite Hansa-Spieler da in der Seitenlinie behandelt wird. Scheint auch nicht weiterzugehen. Damit Hansa zu 10. Und jetzt spielen wir erst mal zurück und Markus Piyosek läuft da Richtung Brinkis und versucht da den Ball zu erpressen. Der kann jetzt ja nur lang abschlagen. Auf Ziemarkoffer, Verlängerung direkt auf Schmidt. Der weiter zu Piyoschhofer. Der kann den Ball nur noch mit dem Kopf weiter verlängern. So bleibt Hansa im Ballbesitz. Auf der linken Seite spielt weiter zu Ruprecht. Er spielt da Mitte Stevanovic an. Und Bischof wird da stehen im Ball auf Piyosek. Jetzt könnte er mal den Ball spielen. Setzt sich da schön durch. Auf der rechten Seite wird von drei Hansa-Spielern verfolgt. Spielt aber noch nicht ab, sondern setzt sich da gegen drei durch und wird dann da gefoult von der Nummer 8. Mein Gott, der Piyosek, der hat inzwischen echt eine Pferdelunge. Das ist Wahnsinn. Von David Blacher wurde da gefoult. Somit gibt es Freistoß. Für Preußen. Ja, ist so halblinke Position. 30 Meter vorm Tor. Ja, genau. Jetzt Auswechslung. Kröger ist jetzt auch raus. Zweite Auswechslung. Und Hansa hat ja eine sehr gute Jugendabteilung. Der Star aus dieser Jugendabteilung, der wird jetzt eingewechselt, die Nummer 14, Christiansen. Der steht schon bei sämtlichen Bundesligisten auf dem Zettel. Der wird wohl spätestens in seiner Saison, glaube ich, abhauen. Ja, kennt man ja hier aus Ostok. Freistoß jetzt. Preußen, Bischof wieder. Flach vor das Tor. Oh, schade, schade. Da kam keiner ran. Außer Brinkis. Der steckt jetzt mal schnell ab. Spiel den Ball rechts raus. Und Hansa jetzt um Tempo bemüht. Renkt da die rechte Linie hoch. Und spielt sich den Ball selber eins aus. Die ersten Pfiffe sind jetzt zu hören. Vollmann versucht nochmal, seine Spieler zu motivieren. Und Hergesell führt den Einwurf aus. Erstmal zurückgelegt zu Domek Schmidt. Zu Heidmeier. Der dann in der Mitte zu Domek Schmidt. Der wieder links raus zu Bischof. Der lässt es nochmal abtropfen. Auf Heidmeier. Spiel jetzt rechts drauf. Ferriser, der weiter zu Kara. Doppelpass versucht damit. Piosik, das beschlingt erstmal. Und Hansa kann jetzt aufpassen. Aber Schöneberg passt auf. Gewitter den Ball. Langer, öffener Ball. Aufmach ist Piosik. Der jetzt im Zweikampf mit Denso weit nicht. Setzt sich da erstmal gegen zwei, gegen drei durch. Spiel jetzt in der Mitte zu Krone. Der versucht den Doppelpass. Aber der bleibt erstmal hängen. Und jetzt Hansa in der Kontersituation. Schaffen das diesmal. Auf der rechten Seite sich frei zu spielen. Sind jetzt auf dem Weg Richtung Strafraum. Gehen in die Mitte. Pass in die Mitte zu Stevanovic. Der könnte jetzt erstmal abschließen. Wartet, wartet, wartet. Kommt auf der rechten Seite. Flanke jetzt. Hansa Rostock. Nein. Domek Schmidt klärt ganz fair. Ganz fair. Super Doppel. Und spielt weiter zu Kara. Kara weiter zu Krone. Und jetzt könnte Preuß. Und verliert aber wieder den Ball. Schade. Rocky kriegt die Pässe im Moment nicht am Mann. Ja. Pass ins Leere wieder. Einwurf Hansa Rostock. Nee. Preuß kriegt glaube ich einen Wurf. Oh. Weil Rockys Pass ist am Bein von Hansa hängen geblieben. Ausgeführt auf Piosik. Der setzt sich da wieder gegen zwei durch. Wird dann aber verfault. Wird gegrätscht. Aber der Schirr lässt weiterspielen. Weil ich fiel erstmal wieder zu Brinkis. Brinkis jetzt mit dem Bein in den Abstrachen. Und der passt Schöneberg auf. Ganz trocken zu Hergesell. Alles an der Mittellinie. Spielen die Preußen sich jetzt die Hanseaten hin und her hier. Fänger an der Mittellinie. Licht erstmal rechts raus zu Schöneberg. Schöneberg versucht da Schippball Richtung Krone. Aber der geht nur ins Aus. Ich weiß nicht, ob er noch ein Hansa-Spieler dran war. Einer dran. Ja, damit gibt es Einwurf für Preußen. So, Kevin Schöneberg an der Einwurflinie sucht die Spieler und zeigt an an Rocky, er soll in den 16er reingehen. Und da kommt der Ball auch hin. Aber nicht auf Rocky, sondern auf Pio Segwadak. Aber Hansa Rostock klärt, spielt und bricht wieder ab. Hintenrum. Und wieder hintenrum auf Weidlich in die Mitte. Der versucht den Ball zu treiben, findet aber irgendwie auch keine Anspielstation. Tritt nochmal drauf, spielt auf Stefanowitsch, der weiter Querpass auf der Sonntag sein. Also die Preußen, die brauchen ihn nur auf den Fehlpass warten. Und jetzt müsste Schöneberg mal ein bisschen schöner Mann spielen. Er ist dann ein bisschen zu Zenger, zurückgelegt. Also das ist, die Preußen, die brauchen ihn gar nicht richtig verteidigen. Sie brauchen nur auf diesen Fehlpass warten. Hansa ist merklich verunsichert. Jetzt vielleicht mal Halbmayer mit dem langen Diagonalball Richtung Siegert. Den wird er nicht kriegen, sondern Kopfball erstmal abgewehrt da von Hansa. Aber Schöneberg setzt da schön nach. Spiel zurück zu Dominik Schmidt. Der wird jetzt angegangen von Ziemer da im eigenen Strafraum. Drischt den Ball aber erstmal nach vorne. Kopfballverlängerung von Siegert kommt nicht an. Doch, zweiter Ball bei Siegert. Und jetzt ganz, ganz steigend. Zehn Meter vor dem Strafraum versucht er, Corrie Krohn einzusetzen. Aber im letzten Moment kann Beidlich das Bein da noch zwischenkriegen. Ball bleibt weiter im Spiel. Nummer 8, Blacher, hat den Ball da. Spielt erst mal zurück. Und befreien sich da jetzt die Hansa ja an. Alles noch an der Mittellinie. Preußen presst jetzt da. Aber Hansa bleibt weiter am Ball mit. Stevanovic jetzt vielleicht mal. Witter aber von Zenger angegangen. Und Zenger ganz trocken, als wenn er schon 20 Jahre Fußball auf dem Buckel hätte. Kocht da den Stevanovic ab. Also Zenger ist wirklich eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Letztes Jahr Gunalball auf Piosik. Aber der kommt nicht an. Zweiter Ball aber wieder bei den Preußen. Die sind giftig. Die sind hier richtig. Man merkt richtig, die wollen heute drei Punkte holen. Nichts anderes als drei Punkte. Und jetzt Zenger setzt sich da wieder schön durch. Also die Preußen spielen jetzt die Hansa ja an. Hin und her. Piosik setzt sich da wieder in drei durch. Setzt da auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Rocky Krohn ein. Der ist schon im Strafraum. Aber der Strafraum ist überhaupt keiner. Und da stehst du ab. Brinkis kann den Ball erst mal nur abklatschen lassen. Aber da, wie gesagt, stehen nur Hansa ja an. Und somit keine Gefahr. Hansa jetzt wieder mit der Gegenkontrasituation. Aber das klappt wirklich nicht richtig. Jetzt wieder nur so ein Pressball. Und da steht Hansa im Abseits. Und somit gibt es Freistoß für Preußen. Sehr routinierer Auftritt, oder? Ja, hinten auch. Schmidt wieder Granate. Hat eben beim Schlag nach vorne noch was auf den Fuß gekriegt. Kann aber weitermachen. Können wir alles in Ruhe erzählen. Die Preußen schieben sich gerade den Ball hinten rum. Zu. Pass nach vorne. Jetzt für Piosik. Der treibt den Ball. Spielt auf Krone. Der will Doppelpass mit Piosik spielen. Klappt nicht. Aber Erik Zenger wieder. Foul. Spiel gerade weiter. Lässt er weiterspielen. In dem Moment Hansa Rostock am Ball. Aber die Preußen alle hinterm Ball wieder. Der Rostock verschleppt da Tempo. Weiß nicht so richtig wohin. Schwertfeger hat den Ball an der Mittellinie. Spielt auch weiter raus. Rechts. Und Amaury Bischof. Fuß dazwischen. Und Preußen im Ballbesitz. Erik Zenger auf Rocky Krone. Der kann den Ball aber auch wieder nicht verarbeiten. Ja, Rocky Krone hat jetzt zwei, drei Fehlpässe. Jetzt mal Christiansen am Ball. Spielt im Mittel zu Szevanowitsch. Aber der Ball hat er überhaupt nicht wie gerechnet. Preußen bleibt im Ballbesitz. Verliebt er jetzt den Ball am Auge. Bischof wird gefault. Jetzt ist es gefährlich. Und Hansa da mit Bickel fünf Meter vor der Strafraumgrenze liegt. Er spielt jetzt mal rechts raus. Preußen aber erst mal hinten sortiert. Jetzt vielleicht mal die Flanke. Die kommt. Erster Pfosten. Und Dominik Schmidt ist da. Ball mit dem Kopf geklärt. Und Hansa köpft den Ball dann jetzt aus. Weil wäre auch unmöglich, wenn Preußen jetzt kein Einwurf hätte. Man, man, man. Also, ja, man merkt, dass Hansa doch ein bisschen gefährlicher wird. Nichts wirklich Zwingendes bisher. Aber es bleibt dabei. Preußen sollte sich nicht darauf verlassen. Und hier mindestens das 2-0 nachlegen. Ja, ich denke mal, Hansa hat 1-0. Das könnte eng werden. Wenn du jetzt das zweite nachlegst, dann... Ja, jetzt vielleicht mal in der Mittellinie. Setz dich da gegen zwei durch. Wie zum 2-3 angegangen. Und tanzt alle aus. Auf der linken Seite wäre jetzt mal Heeresail frei. Spielt in der Mitte zu Piyosek. Der verliert jetzt den Ball. Zweiter bei der Bischof. Und der drischt ihn einfach nach vorne. Das war wie so eine Art Klärungsversuch. Der geht komplett ins Aus. So wird Brinkis mal wieder ins Spiel kommen. Nee, gibt Freistoß. Freistoß? Schiedsrichter hat Freistoß angezeigt. Ist mir aber auch unerklärlich. Ihr habt da kein V gesehen. Ja, gut. Also, Hansa weiter im Ballbesitz. Jetzt mal links raus. Auf Schärf. Der legt aber wieder zurück zu weit nicht. Dann versuchen wir es jetzt mal von der rechten Seite. Doppelpass da. Und zack. Preußen im Ballbesitz. Der weiter soll auf Kara. Kara Piyosek, Krone. Jetzt Richtung Strafraum. Kara marschiert Richtung Strafraum. Versucht sie gerade ein. Piyosek hat es jetzt. Ist da Strafraum. Warte. Shitball. Im letzten Moment ein Bein vom Rostocker dran. Und so gibt es die nächste Ecke. Müsste es eigentlich geben. Die dritte haben wir dann. Dritte Ecke. Mann, Mann, Mann. Also, die Preußen machen das wirklich abgezockt. Weil sie wissen, dass irgendwann der Fehlpass kommt in der Vorwärtsentlegung von Hansa. Und dann versuchen sie blitzartig hier die Kontersituation auszuspielen. Es bleibt immer noch irgendwo noch ein Rostocker Bein stehen. Sodass es hier noch nicht 2-0 steht. Aber Amaury Bischof hat die Möglichkeit, seine dritte Ecke hineinzuspielen. Vor dem 16er stehen diesmal Kara und Sigart. Da denke ich mal, wieder direkt kommen. Dominik Schmidt ist da schon vor der Kiste bei Brinkis. Und der Ball kommt auf den ersten Pfosten. Rostock klärt erstmal. Und jetzt hat er wieder abgefiffen. Abseits oder was? Ne, Abseits kannst du ja nicht sein bei der Ecke. Ja. Warum hebt er denn da immer die Fahne? Dann muss es ein Faulspiel geben. Erstmal zwei Bälle im Spiel. Ja. Okay. Uns soll es egal sein. 58 Minuten spielt. Brinkis wird den Ball jetzt abschlagen. Hoch und weit. Auf Zima. Tenga gewinnt erstmal das Kopfballduell. Spielt sofort lang nach vorne. Ah, da ist Ruprecht mit Rocky Kanone. Der köpft den Ball jetzt erstmal. Also der Ruprechts Richtung Brinkis. Der kann ihn dann aufnehmen. Bekommt ihn den Ball jetzt auch wieder. Alles auf der linken Seite. Ruprecht marschiert jetzt erstmal. Schippball nach vorne auf Zima. Kommt an. Weitergeleitet. Und dann als letztes Station wieder Dominik Schmidt. Diesmal hat er geklärt zum Einwurf von Hansa. Mal kurz aufgeführt. Doppelpassversuch kommt durch. Hansa kommt durch. Oh, ist der Strafraum. Schuss. Oh, im letzten Moment ist Schulze Nius da. Das erste Mal war Hansa freigespielt. Das hätte fast das 1 zu 1 bedeutet. Aber, ja, der Schulze Nius kriegt dann auch sein Bein dazwischen. Das ist das, was ich meine. Du kriegst die ganze Zeit nichts zu tun. Das ist arschkalt. Und dann in dem Moment muss er aber da sein. Erste Ecke Hansa jetzt. Ecke kommt von rechts. Super, Max. Rein in den Fünfer und da ist wieder Max Schulze Nius. Super, Max. Fischt ihn aus der Luft. Piozek jetzt war es sofort angespielt. Hansa überhaupt nicht sortiert. Aber Piozek total am Schlafen. Verliert da gegen Stefano mit dem Stimmball. Hansa mitwittert jetzt morgenlos. Stimmball Richtung Strafraum auf Zima. Aber da ist Schöne Bär. Heidmeier klärt erstmal auf Bischof. Der wieder zu Piozek. Der weiter zu Kara. Kara auf der rechten Seite komplett frei. Da ist aber nur Kraun in der Mitte. Und sonst vier Hansa-Spieler. Tanzt den ersten aus. Tanzt den zweiten aus. Und verliert dann den Ball. Hansa kann erstmal klären. Aber der Ball ist noch drin. Es wird wieder Ecke geben für Preußen. Vierte Ecke? Die vierte Ecke. Vierte Ecke. Machen wir wieder einen Strich. So, Ecke diesmal von rechts aber. Maury Bischof geht ganz gemütlich zur Ecke. Ecke übrigens vor unserem Heimblock in Rostock. Wer schon mal in Rostock gewesen ist, der weiß, der Gästeblock ist... Ecke kommt hoch rein. Erster Pfosten. Hansa klärt. Zweiter Ball bei Sigart. Der schippt den Ball nach links raus. Abseits. Abseits, ne, da stand Bischof im Abseits. Ja, Rostock schnell rausgerückt. Und schon kurz ausgeführt. Die Preußen pressen weiter. Mit Piosik. Der macht hier Meter um Meter. Brick ist jetzt nur wieder mit dem Befreiungsschlag. Durch den Preußen Strafraum Kopfballen. Gewinnt Hansa. Aber dann ist erstmal Heereselda erklärt. Seelenruhig. Schöneberg liegt zurück zu Dominik Schmidt. Er zeigt an. Ruhig, ruhig, Jungs. Sieger zeigt an. Er soll ausgespielt werden. Ja, Herr Greiner hat sich, glaube ich, verletzt. Oder was? Ja. Ja, was soll das denn? Fair Play ist anders. Also Schmidt hat aus irgendwelchen Gründen den Ball rausgespielt. Und Hansa ist fair, spielt den Ball zurück. Das war der Schärf. Die Zuschauer sind damit überhaupt nicht einverstanden. Aber das gehört sich so. Jetzt mal vielleicht. Piosik da super auf der linken Seite freigespielt. Lässt den ersten stehen. Ist aber der Strafraum. Kein Tag gegen zwei, gegen drei. Schippein in den Strafraum im letzten Moment klärt. Ruprecht. Mann, Mann, Mann. Da war Rocky Krone einschussbereit. Also Hansa wieder im Schlafmodus. Und es gibt wieder Ecke. Fünfte Ecke Preußen. Ja, das ist ja so ein bisschen unser Problem. Wir kriegen Seite unter Haching Ecken oder Ecken. Aber wir holen eigentlich noch zu wenig dafür raus. Ja, also die Eckenausbeute, generell die Standardausbeute, die ist das Potenzial nach oben. Wir hören gerade 5.600 Zuschauer. Das ist Negativrekord. Aber Bischof jetzt Ecke. Erster Vorstand. Kopfball Zenger. Knapp drüber. Knapp drüber. Aber der hätte Brinklis wohl gehabt. Aber wieder eine gute Chance für die Preußen. Der ist ja Zenger schön reingelaufen. War völlig frei. Kein Spieler weit und breit aus als Zenger. Aber es sah noch trainiert aus, oder? Der sah nach einstudiert aus. So, Abschlag. Hansa Rostock hoch, weit. Und ins Niemandsland. Preußen spielt hinten rum. Kevin Schöneberg auf. Max Schulze Niehus. Der wird jetzt angegangen von einem Rostocker. Und kann sich auch nur mit einem langen Ball befreien. Farrer wird dann da wohl gefoult. Ja, wurde geschoben. Er wurde geschoben. Hatte versucht, den langen Abschlag zu bekommen. Und so gibt es Freistoß durch Preußen. Ja, aus Münster werden gut 300, 400 auf jeden Fall da sein. Was heißt, wir haben noch 5.200 Heimzuschauer. Jetzt Pioszek aber auf der linken Seite. Daher hauptet er den Ball gegen zwei. Und setzt sich schön durch und wird dann wieder gelegt. Und Foulspiel. So gibt es wieder Freistoß. Sehr gute Position. Mal gucken, wo Bischof ist. Der Mann für diese Situation. Aber Pioszek, der geht wirklich kein Zweikampf aus dem Weg. Und gewinnt hier auch meistens noch. Egal, ob da zwei, drei oder vier Rostocker sind. Das ist ihm völlig egal. Ja, nur der letzte Pass, der hat am Haarplatz noch so ein bisschen. Oder er wird dann halt gefoult. Und so gibt es aber wieder gute Positionen. Dominik Schmidt ist wieder Richtung Strafraum unterwegs. Wäre doch mal schön, wenn er wie im Westfalen-Pokal-Spiel in Hamm Knopfballtreffer machen könnte. Ja, wenn er trifft, dann trifft er ja meistens zweimal. So, Freistoß kommt vom Bischof. Aber direkt in die Mauer von Rostock. Klären aber wieder ins Seitenhaus. Ja, mussten wir, der wäre fast zur Ecke gegangen. Und dann konnte er den nur noch wegschlagen. Inseitenhaus, Höhe jetzt 16 Meter. Einwurf kommt von Mehmet Cara. Ist das glaube ich sogar. Ja, ne. Übergibt an Fabian Hergesell. Man spielt so ein bisschen schon mit der Uhr. Krone kriegt erst den Ball, lässt ihn abtropfen. Aber dann ist der Ball wieder weg. Ja, weil er den Ball, so eine Ballbehandlung klappt im Moment nicht bei Krone. Einwurf für Hansa. Gut ausgeführt. Stefanovic jetzt langer Ball Richtung Strafraum. Aber die Preußen stellen Hansa ganz abgezockt abseits. Dominik Schmidt dirigiert da seine Abwehr wirklich richtig gut. Wollen wir mal hoffen, dass er nicht seine obligatorischen Böcke heute noch hat. Ansonsten hat er mir in Dortmund auch schon sehr gut gefallen. Und Preußen jetzt mal schnell wieder über Pio aus der linken Seite. Doppelpass mit Cara. Pio setzt sich da schön durch gegen Weidlich. Klärt da den Ball. Wird da wieder gefoult. Aber das weiß ich, Schiri sagt, war gar nichts. Und jetzt müsste Hansa mal schnell machen. Hansa mit Christiansen zieht Richtung Preußen der Hälfte. Legen erst mal rechts raus. Cara wird da überlaufen. Jetzt der Ball schon Richtung Strafraum. Jetzt könnten die sich mal flanken. Flanke kommt. Ins Haus. Ins Haus. Keine Gefahr. Hätten wir auch so keine Gefahr gewesen. Und da noch Ecke gibt es. Oh, es gibt es auch noch Ecke. Naja, das habe ich anders gesehen. Zweite Ecke für Rostock. Zweite Ecke für Rostock, genau. Geht aber auch vom Tor weg, die Ecke. Das sind jetzt diese Standardsituationen. Darum ist es noch 2-0 richtig. Kommt jetzt auf den ersten Pfosten. Kopfball. Verlängerung. Nachschuss. Geblockt. 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 Preußen trischt den Ball erst mal raus. So kann Hansa wieder aufbauen. Beide ich jetzt mit dem Ball Richtung Strafraum. Und Mauri Bischof da als Verteidiger. Aber gar nichts. Hat einfach da den Zieh mal abgeblockt. Und der Ball geht mit Seiten aus. Ja, ich spreche vom 2-0. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Obwohl Hansa eigentlich extrem schwach ist. Aber bei Preußen bin ich mir beim 1-0 nie so ganz sicher, oder? Ja, da hat man, wir haben schon genug gelitten manchmal. Aber ich wollte noch mal eins sagen hier. Rostock hat ja gegen Osnabrück, da hat Osnabrück hier 2-0 geführt und haben sie in der Nachspielzeit noch richtig Moral gehabt und haben innerhalb von zwei Minuten zwei Tore geschossen. Können wir alles erzählen, weil jetzt erst der Abschlag kommt von Max Schulze-Nichus über die Mittellinie auf Rocky Krone. Der wird gefoult, geklammert und bekommt den Freistoß. Das macht Rocky wirklich gut. Diesmal kriegt er den Ball auf die Brust und versucht natürlich den erstmal abtropfen zu lassen, damit die Mitspieler nachrücken können und wird dann einfach nur zu Boden gerissen. Und so hat Mauri Bischof wieder die Möglichkeit, das Ganze 35, 40 Meter vor dem Kasten. Aber der wird nicht direkt kommen. Ich denke mal wieder Schafhaus-Tor. Hansa versucht kurz abgelegt, jetzt auf Bischof. Der dreht sich da um seine eigene Achse, legt erstmal zurück zu Schöneberg und was macht Schöneberg jetzt? Spielt Doppelpass zwischen Schöneberg, Pjosek und Sigart und Sigart. Versucht den Ball nochmal zu spielen, aber Scherf kriegt ihn als Bein, somit gibt es einen Wurf für Preußen. An der rechten Auslinie, in Strafraumhöhe. Schöneberg wird wahrscheinlich jetzt die lange Variante auspacken. Er nimmt auch schon ordentlich Anlauf. Ein Lauf kommt auf den Elfmeterpunkt. Wird aber geklärt von Rostock. Mauri Bischof spielt wieder raus auf Schöneberg. Der sucht das Dribbling und die Flanke kommt. Aber da stehen nur Blau-Weiße. Preußen hinten sicher mit Heidmeier jetzt. Der auf Max Schulze-Ninus. Der wird angegangen, muss den Ball natürlich schnell weiterspielen. Tut das auf Kevin Schöneberg, der im Zweikampf mit Rostocker und Doppelpass mit Sigart. Doppelpass bleibt, dann hängt mal Pjosek. Und jetzt Hansa im Kunter, Richtung Strafraum unterwegs. Aber Zenger und Schmidt queren da zu zweit. Und es gibt Freistoß. Noch ein Wurf. Ja, super gemacht von den beiden. Schade Preuß hat sich da schon super befreit. Und war auf dem Weg ihrerseits in Angriff sauber zu Ende zu spielen. Aber der letzte Pass kam dann wieder nicht an. Oh, dritte und letzte Wächse bei Rostock schon. In der 69. Minute. Stevanowitsch geht, der unter der Woche ja nicht richtig trainieren konnte. Vollmer sagt, das ist der wichtigste Mann. Der scheint jetzt Platz zu sein. Und jetzt kommt die Nummer 17, Manfred Starke. Sagt mir auch noch nichts, war aber auch ein Jugendspieler. Hansa Rostock ist im Ballbesitz mit Einwurf. Die komplette Preußenbank macht sich inzwischen wahr. Kurz ausgeführt. Auf Schärf. Der spielt jetzt in dem Starke. Der erstmal legt das mal raus. Und dann spielt Huprecht ins Aus. Aber wieder Einwurf für Hansa. Weil wohl noch ein Preußenbeiner zum Beispiel war. Zenger lässt sich da jetzt abbrochen und dann mit. Aber Schmidt, der ganz kompromisslos kriegt den Ball erstmal raus. Und jetzt haben wir auch noch Zwischenstände. Roser-Dorpen und Ruppers-Erfurt 0-0. Duisburg, Dernregensburg 2-0. Stuttgarter Kickers-WM-Wiesplan 0-0. Und jetzt muss die Seite nochmal umblättern. Hansa Rostock in der... Schärf jetzt in der... Versuche jetzt den Angriff da einzuleiten. Ich spiele das in der Mitte. Aber überhaupt kein Raumgewinn. Schwertfinger liegt jetzt mal rechts raus. Und Tariq führt gegen Kiel 1-0. Die Ergebnisse kommen wir gleich nochmal zu. Kempten jetzt Halle haben wir 0-2. Und Fortula Köln führt 2-0 gegen Groß-Aspach. Ja, solange wir hier führen und das Spiel nach Hause bringen, können uns die anderen Ergebnisse relativ egal sein. Aber die Preußen sollten jetzt mal überlegen, wie sie das 2-0 machen. Weil dann ist, glaube ich, der Ofen aus. Ja. Dann denke ich auch. Also es ist wirklich merklich ruhig für Rostocker Verhältnisse. Jetzt der Einwurf landet bei Rostock. Da haben die Preußen nicht gut gemacht. Aber ein... Einwurf bleibt bei Rostock. Jetzt in Höhe. Legen erstmal zurück auf Ruprecht. Der jetzt fahrt mit dem weiten Ball Richtung Strafraum. Aber da ist Herresel. Er hat mit dem Kopf auf Piosk. Kann er sich jetzt durchsetzen? Nein, weit nicht. Klärt nochmal. Und dreht den Ball jetzt wieder nach vorne. Aber dann steht da Zenger. Der legt links raus. Aber das misslingt auch. Jetzt im Moment ein bisschen viel viel besser. Aber Zenger ganz komm und um nichts auf Piosk. Und jetzt mal schneller machen. Setzt sich da gegen 3 gegen 4 Rostocker durch. Und legt links raus auf Kara. Super Pass, super Pass. Und Kara jetzt Richtung Strafraum unterwegs. Und dann wird ja nur noch Krone. Viel in die Mitte. Im letzten Moment wieder Ruprecht. Und so gibt es einen Wurf. Schade. Das hat Piosk. Hat da 4, 5 Mann aussteigen lassen. Und sieht dann auf der linken Seite. Mehmet Kara. Und spielt den Zuckersüß in den Lauf. Hätte man sich vielleicht mal hinten fallen lassen können. Und in den Rücken spielen. Nein, da musst du die Flanke bringen. Aber der letzte Pass bleibt dann immer noch irgendwo hängen. Und darum steht sie noch 1-0. Der Einwurf jetzt vielleicht mal wieder hoch im Wald. Richtung Strafraum. Rory Krone bietet sich diesmal kurz an. Wird überworfen auf Piosk. Der ist da an der Strafraumkante. Will wahrscheinlich versuchen, eine Ecke rauszuholen. Verliert jetzt den Ball. Und Hansa müsste jetzt noch schneller machen. Lässt da Bischoff aussteigen. Spielt links raus. Und Siegert trennt hinterher. Doppelpass da mit dem Neuen von Hansa. Leicht aber wieder zurück auf Christensen. Spielt in der Mitte. Zu Schwertfeger. Und der Ball wäre fast bei Preußen gelandet. Aber Hansa bleibt im Ballbesitz. 5 Meter vorm 16. Er legt links raus. Jetzt könnte die Flanke kommen. Aufpassen. Jetzt Preußen aufpassen. Siegert da. Versucht da zu retten. Kann ich retten. Nachschuss. Nein. Harmlos. Harmlos. Aber es bleibt. Hansa bleibt im Ballbesitz. Ein Wurf. Durch Huprecht. Erstmal zurückgelegt zu Weidlich. Flacher Pass auf Christiansen. Wieder zurück zu Weidlich. Horry Krone. Sieht ein bisschen platt aus. Und Hansa. Huprecht spielt völlig unbedrängt ins Aus. Also wenn Sie so weiterspielen, dann wären es ganz sicher drei Punkte für Preußen. Preußen jetzt im Ballbesitz durch Zenger. Nicht erst mal zurück zu Schulz. Der müsste jetzt auch schnell machen. Bitte angelaufen. Und Zima. Schießt Zima an. Aber der kann den Ball nur noch ins Ausglocken. Ja, das darf jetzt nicht so ein Coolerball wieder da hinten reinpacken. Bitte. Ein Wurf für Preußen. Und alles sortiert sich aber Richtung Preußen Strafraum. Ein Wurf in Höhe Eckfahne bei uns. Und Rostock rückt richtig auf. Schwachter von Siegert. Schönebeck muss da in Zweikampf hin ausgetanzt. Und dann wieder Schmidt. Faulspiel. Faulspiel. Und es gibt Freistoß für Rostock. Alles an der Eckfahne. Ja, das war einfach schwach gespielt von Siegert. Gitter kriegt den Einwurf. Will er zurückgekommen auf Schönebeck. Aber ganz schwach gespielt. So konnte Hansa dazwischen sprinten. Und so bleibt Schönebeck nur das Foul. Sehr gute Freistoßposition jetzt. Von Christian, der Mann wird Starke mit den Ausführen. Boah, der Schaum ist auch wieder zum Einsatz gekommen. Die Situation ist ganz fern. Erstmal steht die Hansa-Fans jetzt auf. Sie rittert jetzt ihre Chance. Ja, dann wäre es wieder so ein Knickertor. Hoffen wir mal nicht. Weil noch nicht freigeben, weil der Schöne seinen Schaumball nicht verpackt kriegt. Noch jetzt hat er das. Freigeben jetzt. Der Ball kommt auf den zweiten Pfosten. Das steht. Zum Glück keiner. Aber Hansa bleibt im Ball. Nein, Kara gewinnt dann den Ball. Schön. Jetzt muss es noch schnell gehen. Zwei gegen vier. Hansa hat. Piosic hat dann den Ball. Noch in der eigenen Hälfte. Chip-Ball jetzt Richtung Kara. Aber Weidlich klärt erstmal. Weidlich bekommt jetzt wieder den Ball, weil Hansa jetzt erstmal zurückspielt. Ruprecht hat den Ball. Diagonalball jetzt von Ruprecht. Koffer-Dohr gewinnt aber erstmal. Herrgesell. Aber er kann den Ball nur jetzt ausklären. So gibt es ein Wurf für Rostock. Ein Wurf ausgeführt. Rostock am 16er. Aber wieder ein Preußenbein dazwischen. Preußen geht jetzt nach vorne. Könnte sogar eine Überzahl werden. Jetzt mal links raus spielen zu Sigert. Rechts raus zu Sigert. Der Ball kommt auch zu Sigert. Der sucht das Dribbling. Geht in den 16er rein. Aber das Bein des Rostocker war dazwischen. Sigert hat aber immer noch einen Ballbesitz. Und die Flanke leider im Aus. Er hat zu lange gewartet. Hat sich da fast wieder selbst ausgetanzt. Na ja. Hansa Rostock mit Abstoß. Er wird auch wieder lang und weit kommen. Und geht über die Mittellinie. Kommt auf die linke Seite. Kopfball-Duell. Verlieren die Preußen. Aber der Ball geht ins Aus. Und somit sind wir wieder im Ballbesitz. Kevin Schöneberg. Beim Einwurf. Inzwischen 75 Minuten gespielt. Einwurf kommt auf Sigert. Der versucht zu verlängern. Das klappt nicht. Und Hansa drischt den Ball jetzt erstmal Richtung Strafraum. Max Schulze-Dinus kommt raus. Und mit dem Ball sicher aufnehmen. Aber er nimmt ihn nicht in der Hand. Und Hansa läuft ihn jetzt an. Nimmt ihn jetzt in der Hand. Ja. Alles gut. Alles gut. Keine Gefahr. Die Preußen haben jetzt hier nämlich Zeit. Müssen jetzt nicht zwingend schnell nach vorne spielen. Jetzt gibt es die ersten Pfiffe für die Preußen. Aber der Ball jetzt hoch und bald nach vorne. Richtung Markus Bjosek. Nein. Das wird nichts. Hansa bleibt im Ballbesitz. Kopfball-Duell konnte er nicht gewinnen. Aber er setzt nach. Er setzt nach. Schafft das jetzt. Aber jetzt wieder Fehlpass. Und jetzt war es schneller. Bischof hat den Ball. Spielt erstmal zu Kara. Kara läuft dem Ball nicht entgegen. Mann, Mann, Mann. Das wäre es doch gewesen. Und jetzt. Foulspiel von Halbmayr. Und Dieter Dard kriegt Gelb. Für was denn bitte? Naja. Gelbe Karte. Mark Halbmayr. Habe ich auch anders gesehen. In dem Moment macht sich auch bei Preußen der erste Wechsel. Bei Preußen ist ja bekannt für spielte Wechsel. Dies war nach gut 76 Minuten. Wer wird da? Siehst du schon, was wer da ist? Das sah mir aus wie Amerscheibu. Da will wir das mitmachen. Also, Fiossecker, gutes Spiel, Siegert. Auch kein schlechtes Spiel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Siegert den Platz verlässt. So, jetzt Freistoß Hansa Rostock kurz ausgeführt. Auf der rechten Seite. Chip Flanke in. In den Strafraum wollte ich sagen. Aber Max Schulze Nieuws. Kopfball. Aber genau auf Max Schulze Nieuws. Also, das war auch wieder so rückpassmäßig. Also, die Chancenverwertung von Hansa ist wirklich miserabel. Jetzt vielleicht mal Halbmayr da von drei Rostockern. Spielt sich aber frei auf Piossek. Der ist schon an der Mittellinie, wird da wieder von zwei, drei Rostockern verfolgt und zieht das Foul. Nein, das ist dem Spiel hier einfach zu wenig. Da wollte Piossek dieses Foul haben. Muss man nicht pfeifen. Das war einfach zu offensichtlich. Aber vielleicht jetzt mal. Nein, Hansa kann sich erst mal befreien. Weitlich nicht rechts raus. Hansa überkält jetzt die Mittellinie. Flachpass Richtung Reitmaier. Und da ist er wieder, der Feldpass. Der Feldpass ist echt mit Ankündigung, kommen die Feldpässe hier zum Glück noch an. Hansa Rostock wieder über die Mitte hier mit dem eingewechselten Starke. Der zieht zwei Leute auf sich. Behauptet aber den Ball. Aber Preußen kann klären. Ich kann mir auch vorstellen, dass Rory Krohne rausgeht. Weil der macht doch den Eindruck, dass er sehr platt ist. So, jetzt kommt der Wechsel. Also, 13 Minuten wird Ammerscheiburg diesmal bekommen. Hatte in Dortmund ja eigentlich das sichere 2-1 auf dem Fuß. Benni Siegert geht raus. Also, mal gucken, wie sich Ammerscheiburg jetzt einsortiert. Ob man auf zwei Spitzel umstellt oder positionsgetreu wechselt. Das können wir euch gleich sagen. Wäre ihm auch mal zu gönnen, ein Tor zu machen. Ja, also in Dortmund hat er, wie gesagt, hat er den Siegtreffer auf dem Fuß gehabt. Kara hatte alle ausgezahnt. Legte genau vor die Kiste. Und Ammerscheiburg brauchte eigentlich noch den Fuß hinein. Und hat das Kunststück fertig gebracht. Ihn 10 Zentimeter links unten am Pfosten vorbeizulegen. Aber Ammerscheiburg muss jetzt halt auch mal was zeigen. Er bekommt immer seine Einsatzzeit. Man kann natürlich sagen, es ist alles viel zu kurz, was er da spielt. Also von der Zeit her. Aber er muss halt auch einfach mal liefern. Jetzt vielleicht mal Hansa noch weiter im Ballbesitz. Klärt da. Herrgesell hat da aufgepasst. Kann den Ball aber nur jetzt ausklären. So gibt es einen Wurf. Hansa fünf Meter hinter der Mittellinie. Erstmal kurz auf Christiansen. Der wird sofort von Zenger verfolgt. Zenger gewinnt da super den Ball. Also der Mann, der ist unglaublich. Schön wird der Hacke weitergeleitet auf Krone. Der wird dann da gefoult. Und diesmal kriegt er das Foulspiel an der Mittellinie auch eigentlich total unmöglich. Ohne Not da. Ohne Not. Sagt der geneigte Fachmann. Freistoß an der Mittellinie für Brossen Münster. Direkt vor unserer Trainerbank. Ja, man sieht jetzt. Piyosek gibt Ammerscheiburg Anweisungen, dass er immer wieder die Wege kreuzen soll. Oder er sagt ihm, wo er hinlaufen soll, damit er den Pass dahin, dass Piyosek den Pass dahin spielt. Jetzt hoch und weit Richtung Piyosek. Setzt sich da eigentlich durch. Rutsch dann aber weg. Und so spielt Hansa erst mal den Ball zurück. Der drischt den Ball jetzt wieder nach vorne. Kofferdeuer zwischen Piyosek und, ach, zwischen Bischof und Hansa-Spieler. Und im letzten Moment klärt erst mal Haltmeier. So gibt es Einwurf für Rostock auf Christi Hansen. Alles in Höhe der Mittellinie. Können sich da jetzt erst mal befreien. Und jetzt geht es Richtung Strafraum. Flanke in den Strafraum. Vollzieher, völlig frei. Zweiter Pfosten. Starke. Nachschuss. Schöneberg klärt. Der Ball bleibt weiter im Spiel. Zum Glück. Schöneberg hat den Ball. Jetzt Amascheibu lauft doch mal. Lauf doch mal, Junge. Nein, der läuft nicht. Und so spielt Schöneberg in die Mitte. Zu Zenga. Der bricht ab. Bricht ab. Die Preußen zum Spielkontrolle bemüht. Haltmeier spielt weit links raus. Zu Herresel. Schiffball zum Piyosek. Der weiter zu Kara. Jetzt vielleicht mal. Schöner passt da auf Herresel. Herresel leitet jetzt den Angriff ein. Wird da von Ruprecht verfolgt. Auf der rechten Seite ist Amascheibu völlig frei. Amascheibu kommt jetzt den Ball. Kriegt er den noch? Nein, der war zu lang. Der war zu lang. Ach, naja. Einwurf, Hansa. Ja, ich würde es dem Jungen dem Amascheibu so blöden. Ja, ja, ja. Im Übrigen waren die Preußen für uns das erste Mal richtig hier gut zu hören. Vielleicht hört er da ein bisschen über die Mikrofone. Hansa Rostock mit dem Befreiungsschlag. Hinten raus in den Mittelkreis. Heidmeier im Zweikampf gewinnt. Herresel spielt weiter auf Mehmet Kara. Der zu Amaury Bischof. Bischof auf Piyosek. Wieder zurück. Alles auf der linken Seite. Und kriegt er den Ball noch? Nein. Nein, nicht so nicht. Nein, nicht so nicht. Einwurf, Hansa Rostock. Geht's weiter. Kurz ausgeführt auf Christiansen. Der Lichter aber erst mal wieder zurück. Spielt in der Mitte zu Ruprecht. Amascheibu orientiert sich jetzt da hinten. Langer Ball Richtung Zimmer. Der stolpert dabei und da ist Schmidt. Und der leitet jetzt den Gegenkonten ein. Über Amascheibu. Amascheibu gegen zwei. Es wird dann da gefoult. Amascheibu geht weiter. Mori Krona hat den Ball. Doch. Vorteil ist jetzt vorbei. Und so pfeift der Scherie ab. Amascheibu wurde dann in der Mittellinie gefoult. Und die Preußen haben alle Zeit der Welt hier heute. Ja, klar. Über 80 Minuten sind jetzt schon gespielt. Jetzt kommt die Uhr auch gerade wieder 81,24. Also wir sind so weit hinten dran. Ich weiß nicht, ob die Uhr hier stimmt auf dem Computer. Aber wir haben es 15.43 Uhr und wir haben erst die 81 Minute. Diagonalball von Schmidt auf Kara. Diesmal kriegt er dann. Nimmt ihn schön an. Gegen zwei. Überhaupt kein Problem. Vorhin schön Bischof eingesetzt. Der ist da schon. Am Strafraum liegt aber erstmal zurück. Auf Hergesell. Der spielt weiter. Wieder zum Bischof. Billeschoff wäre jetzt völlig frei. Könnte jetzt mal den Ball bringen. Rechts auf Kara. Kara schon im Strafraum. Schieß. Schiebt Ball. Im letzten Moment. Hubrecht. Eine Generation zum dritten Mal vor der Linie gequert. Das 2-0 kündigt sich so langsam an. Und der Support stimmt auch wieder. So. Weiter geht's mit Eckenummer. Sechs. Die letzten Bälle, ne? Ja, der entscheidende Pass, beziehungsweise der tödliche Pass, sagt man ja auch manchmal, der fehlt irgendwie. Frisst ein bisschen, ne? Ja, also der Kollege zittert sich ja ins Recht nicht aufgrund der Spielweise der Preußen, sondern weil es wirklich bitterkalt ist. Am Maury Bischof hält sie ja mit der Ecke. Kara wollte es erst kurz anbieten, bricht dann aber ab. Der Ball kommt auf die rechte Seite, komplett aus dem Strafraum raus. Und da ist Schmidt. Schmidt könnte jetzt mal, was macht er? Flanke Richtung Brinkis, aber nee, an allen vorbei, ins Seitenhaus. 82 Minuten und 39 Sekunden jetzt gespielt. Also Jungs, entweder er macht jetzt hier das 2-0 oder er versucht jetzt eben dieses 1-0 jetzt über die Zeit zu bringen. Aber Hansa hat überhaupt noch kein Mittel. Jetzt vielleicht mal Preußen wieder. Der ist schon auf dem Weg Richtung Strafraum, verdreht die Flanke in den Strafraum. Und da ist er, Rocky Krohne gegen 3. Aber der Pass kommt wieder nicht ein. Aber zweiter Ball von Rocky Krohne, verliert er. Und Zenger zieht da das Koul, das ist auch gelb. Das ist auch gelb. Zenger wird gelb sehen hier. Aber Zenger muss da wieder so rein gehen, weil Rocky Krohne den Ball, dem Mann, der zum Ball gekriegt hat, den Zahler von dem Ball nicht zum Mann gekriegt hat. Die Rostzocker wären gut durch gewesen, wir wären eine gute Kontersituation gewesen. Ja, aber da ist der Zenger, obwohl er so jung ist, doch sehr erfahren, seine Spielweise. Weiß genau, dass er da das Foul ziehen muss. Hat er jetzt gelb bekommen? Ja, er hat gelb gekriegt. Okay, Eric Zenger also gelb. Taktisches Foul. Das ist natürlich wieder Zeit vor der Uhr. Also der Auswärtssieg wäre auf jeden Fall schon verdient. Das kann man sagen. Ja, wie der Rostzock fällt auch nicht wirklich was ein, um hier mal zum Erfolg zu kommen. Jetzt kommt der lange Pass nach vorne, da wird gekreuzt bei Rostock und ein Preußenkopf diesmal dazwischen. Kein Bein und Dominik Schmidt im Freikam. Kevin Schöneberg stellt nur den Körper dazwischen. Super. Also da waren die Rostocker schon im Strafraum, aber die Preußen bleiben einfach kühl wie die Eistruhe und klären das ziemlich kompromisslos. Kevin Schöneberg ist dann der Letzte, der da in Rostocker Anstieg stark hat er, glaube ich, angeschossen. Und so gibt es wieder Einwurf für die Preußen. Also die sind in der Abwehr deutlich verbessert, wenn ich nachher das Hinspiel denke, wie wir uns da die Kirschen haben einschenken lassen. Da waren ja schon fast Brasilienverhältnisse da mit dem 3-1 Rückstand. Aber Einwurf für Reußen. Der erklärt erstmal Rostock, er spielt ganz kompromisslos, aber Rostock bleibt im Ball mit der Nummer 29. Sieg hat aber Scheibenwur aufgepasst, kriegt jetzt den Ball. Nicht, dass er zurück auf Schöneberg. Jetzt wird es langsam ein bisschen hektisch das Spiel hier. Es wird auch sehr, sehr klein gespielt. Hansa zieht sich jetzt immer weiter nach vorne. Klar, die haben jetzt hier gar nichts mehr zu verlieren. Hubrecht wird jetzt an der Mittellinie einwerfen. Der geht nochmal weiter zu Schärf. Jetzt zu starke Einwurf, Schippball Richtung Strafraum. Und da ist Heidmann, der köpft jetzt erstmal raus, aber direkt wieder auf Ziehmer. Ziehmer wieder Richtung Strafraum. Schmidt jetzt wird der Hacke klärt. Super. Auf Krone und der verliert. Zum Glück jetzt nicht den Ball. Hau den Ball da jetzt raus, Mann. Aber Rostock jetzt. Zweiter Ball. Ball rollig Krone. Jetzt könnte es wahrscheinlich gehen. Amaschaibu, jetzt lauft doch mal. Amaschaibu, rechte Seite. Setze sich gegen den ersten durch. Spielt wieder mit dazu. Piosik. Kara auf der linken Seite völlig frei. Völlig frei, aber Piosik liegt erstmal links. Jetzt zu, ja gesagt, der spielt weiter zu Kara. Da hätte der Ball eigentlich hingemusst. Und der muss sich jetzt gegen zwei durchsetzen. Macht das auch. Super, Junge. Super. Ist Schallem Strafraum. Und jetzt der Pass jetzt auf Rory Krohne. Und Rory Krohne vertendelt es wieder. Vertendelt es wieder. Und jetzt müsste Rostock mal. Aber die sind sowas von der Rolle hier. Wieder Feapers. Und die Preußen überhaupt kein Problem. Die ersten Rocker, äh, Rocker. Rostocker verlassen das Stadion. Ja, die Haupttribüne, die ist auch mächtig angefressen. Die haben wir den Kaffee auf. Und die Preußen jetzt über die rechte Seite. Mit Bischof und Kara. Tanzen da zwei Rostocker aus. Bischof ist schon am Strafraumegg. Schieß doch mal. Schieß, schießt. Oh, 2-0. Oh, 2-0. Bischof am linken Strafraumegg. Und, oder was? Piosik? Piosik. Freiheit da vor der Kurve. Also, nochmal ganz ruhig. Linker Strafraumegg. Piosik oder Mischof kriegt den Ball. Und guckt sich den Keeper auf. Und oben rechts schlägt er super ein. Und das direkt vor unsere Gästekurve. Wir werden hier wieder gewinnen. Die drei Punkte sind auf dem Weg nach Münster. Wieder ein Traumtor. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sage. Ich glaube, Piosik war es. Weil der lässt sich da feiern. Eiskalter Schuss. Oben rechts in den Finkel. Und was singiert? Ich höre es noch nicht so ganz. Ich nehme mal kurz die Kopfhörer ab. Die Stimmung kippt jetzt. Die Stimmung kippt jetzt hier merklich. Die Subtras werden jetzt, glaube ich, zum Einsatz kommen. Hier war es doch die ganze Zeit sehr ruhig. Nehmen auch schon ihre Fahnen alle ab. Alles verletzte Fluchtart nicht das Stadion. Dabei spielen die Preußen nicht so schlecht. Was haben sie jetzt gesungen? Ich habe es leider auch nicht so ganz verstehen können. Also 2-0. Supergeiles Tor. Wir bleiben Tabellenzweiter. Und ich freue mich, wieder in Rostock zu sein. Rostock ist immer die beste Fahrt. Schönes Pflaster hier für uns. Dritter Sieg wird das werden in Folge. Und Rostock jetzt vielleicht nochmal. Jetzt haben sie wirklich nichts mehr verloren. Flanke Richtung Strafraum. Dominik Schmidt. Der Garant in der Brandung. Oder fällt seiner Brandung. Dann faule ich wieder. Hergesell wird gefoult. Somit gibt es Freistoß. Am 16er der Preußen. Jetzt heißt es auch, wir haben die Schnauze voll. Klar. Ich glaube, Vollmann weiß, was die Stunde geschlagen hat. Vielleicht kann ich ihn noch einen Sitzplatz im Auto nach Villabek anbieten. Ja, vielleicht ist im Preußenbus ja auch noch Platz frei. Ja, wird langsam eng fähren, Vollmann. Naja, so ist das Geschäft. Das weiß er auch vorher. Wir sind ja zwar 88. Aber es ist auch in Summe, also ich gönne ihm ja vorher mal nichts Schlechtes, aber in Summe war das halt ein ganz mieser Auftritt von Hansa. Das kann man dann, glaube ich, sagen. Ja, da ist irgendwie keine Moral. Da ist auch keiner bei, der mal so ein Spiel rumreißen kann oder so ein Spiel an sich reißen kann. So, Preußen jetzt wieder im Mittelfeld, am Mittelkreis, klärt den Ball, schiebt sich den zu auf Piosic. Der macht jetzt nimmt Tempo auf in Richtung Tor, bricht aber wieder ab. Setzt sich da gegen zwei Mann durch, ist schon an der Strafraumkarte. Flacher Pass auf Kara, der ist im Strafraum. Kara, im Strafraum, Schuss! Oh, knapp links unten vorbei. Das war fast das 3-0. Da war fast das 3-0, ja. Aber nicht schlimm, die Korre ist ja schon versenkt. Oh, Mann, ey. Super, ey. Also, sehr, sehr guter Auftritt, unser Preußen. Endlich mal ein Auswärtsauftritt, der sich richtig sehen lassen kann. Die Jungs, die haben sich die Breitwurst am Spiel verdient. Und hinten einen kalten Kaffee. Jetzt wechseln. Zweiter Wechsel. Amori Bischof geht raus, Simon Scherder geht hinten rein. Ne, der kommt nach vorne, der ist doch Stürmer, neuerlich. Ach ja, der ist ja jetzt Stürmer geworden, stimmt. Und Doppelwechsel gleich. Ja, Pjosek geht für Truppenbrot. Truppenbrot. Ich sag dir, Scherder kommt vorne rein, pass mal auf. Truppenbrot geht nach hinten und Scherder. Also ich weiß nicht, was der Lose da irgendwann an Futter gegeben hat, aber der scheint davon überzeugt zu sein, dass Scherder der richtige Mann für vorne ist. Also wenn es heute wieder klappt, dann soll er das nur noch geben. Ja, also ich wäre jetzt mit dem 2-0 auch zufrieden. Da muss jetzt auch, also Hansa tut mir wirklich leid, dass sie so eine Situation eher tragen müssen. Das ist eigentlich ein sehr sympathischer Verein. Aber jetzt, so ist halt der Sport. Aber die Preußen sind jetzt weiter im Spiel. Schöneberg hat versucht, hier auch mal Scheibau einzusetzen. Aber der hat überhaupt nicht mitgedacht. Und so geht der Ball jetzt aus. Hansa inzwischen da durch den Ballbesitz. Ruprecht mischt den Ball jetzt oder nach vorne. Und wer ist da? Schmidt. Schmidt Kopfball kommt aber zu Christiansen. Hansa weiter über Jakobs. Der Richtung Strafraum unterwegs. Lässt mit dem Zimmer mit. Der legt rechts raus. Und die Flanke bleibt dann bei Herresaie hängen. Aber somit gibt es die nächste Ecke für Hansa Rostock. Die dritte. Die dritte. Ja. Also, aus. Jetzt haben wir ja gesagt, sind wir eigentlich die letzte Zeit immer mit Unterschieden gefahren. Aber in Rostock scheint immer zu klappen. Kurz abgelegt. Schussversuch. Oh. Nein. Das sah gefährlich aus, als es letztlich war. Der Ball geht dann doch zur Eckfahne. War aber keine schlechte Idee, die Ecke selber auf den 16er zu spielen. Auf der Ecke. Also, ich habe es ja gerade erwähnt, die Subtrats haben die Strauze voll. Und der ganze Block der Subtrats, der ist schon mindestens zur Hälfte gefüllt. Und alle drängen sich an den Ausgängen und wollen als Erster hier raus. Keiner will sich das mehr angucken. Außer natürlich unsere Preußenhänger. Die werden hier belohnt für die weite Reise zur Korre an die Ostsee. Jetzt langer beide auf. Simon Scherner gewinnt zweimal das Koffer der. Weiter zweimal Scheibe. Und er legt erst mal auf die rechte Seite zurück. Schöneberg. Schöneberg. Spielt den Ball jetzt aber jetzt aus, weil ein Hansa-Spieler verletzt am Boden liegt. 90 Minuten sind jetzt auch um 15.53 Uhr. Ja, also der Block von Hunter, die Stimmung ist nicht gekippt, sondern die Leute verlassen einfach nur fluchtartig das Stadion. Ja, auch hier auf der Haupttribüne ist nicht mehr allzu viel los. Jetzt Preußen vielleicht noch mal Zengar an der Mittellinie. Wird da von drei verfolgt und findet aber dann auch den Prostocker. Aber den zweiten Ball kann er wieder gewinnen. Also dieser Mann, der ist unglaublich. Jetzt Schippball da Richtung Kara. Schippball von Krohne. Krohne hat sich da wieder verschätzt. Und so kommt Hansa im Ballbesitz. Aber der zweite Ball läuft wieder bei Zengar. Zengar ist echt überall. Der spielt dann immer Krohne an und Krohne vertennt den Ball dann immer. Schade eigentlich. Aber er hat ja heute sein Tor gemacht. Und das wird ihm, glaube ich, Auftrieb geben. Und jetzt. Aber Scheibu gewinnt da den Ball. War ein bisschen zu viel. Zu viel. Und der Ball ist immer außer. Er hat sich da wirklich. Weil er weiß auch, dass er ein bisschen mehr zeigen muss. Ich hoffe, dass ihm das Wintertrainingslager in der spanischen Zone guttun wird. Weil das der Mann Potenzial hat. Das ist eigentlich hinlänglich bekannt. Der Ball. Scherler hat da jetzt froh gespielt. Scherler sortiert sich wirklich übrigens vorne ein. Das wird jetzt noch mal Freistoß für Hansa geben. Ja, jetzt beim Freistoß geht er aber hinten mit rein. Siehst du, steht da am 16er. Die Nummer 11. Christian Bickel wird den ausführen. Ja, egal. Der Spiel ist eh gelaufen. Ball kommt hoch. Aber dann ist er wieder Schmidt. Der zweite Ball bleibt bei Hansa. Ich spiele erst mal links raus. Sind an der Eckfahne. Gegen zwei, drei Preußen. Versucht er sich da durchzusetzen. Und kriegt er Foul. Mit der Pokal. Nee, von Druckenboden gefoult. Ah, keine Karte. Es gibt noch mal Freistoß. Ja, und die Plätze hier auf der Tribüne, die können wir uns beide aussuchen. Ja, also 5600 sollen offiziell drin sein. Ich würde mal sagen, da ist jetzt vielleicht noch die Hälfte von drin. Aber es hat sich das angekündigt, was der Hansa-Fan mir in der Halbzeit gesagt hat. Die Preußen waren ja auf dem Weg nach dem 2-0. Das war nur eine Frage der Zeit. Sie haben halt oft ihre Konter. Der letzte Pass kam oft nicht. Und dadurch stand es so spät. 2-0. Jetzt der Freistoß kommt auf den ersten Pfosten. Und wieder Schmidt. Aber der Mann ist wirklich überall. Und abgürft. Preußen beweist mal wieder, dass Rostock ein sehr gutes Pflaster ist. Mit zum dritten Mal hintereinander die drei Punkte mit. Diesmal 2-0 durch Tore von Rocky Kanone. Und Markus Piosik, glaube ich. Ich habe das jetzt eigentlich in den letzten Mal genommen. Nein, warte, warte, warte. Ich meine Piosik. Aber ich glaube, Piosik war es. Also es entscheidet sich zwischen Piosik und Bischof. Naja, ist ja auch egal. 2-0. Das war aber wieder ein super Auswärtsspiel.